Hallo Nico, hallo 1, 2, 3, hallo Cookie, hallo Nico, hallo 1, 2, 3, hallo Sakura, hallo Shrik, hallo Tolgi, hallo Hannes, hallo Selet, hallo Drarot, hallo Mariko, hallo Anne, hallo Marco, was ist denn mit Dioxus passiert, hast du doch gesehen, was soll ich dir noch sagen, was soll ich dir erzählen, hast du noch nie nach 9000 Resets in Shiny gelöscht, hast du es noch nie gemacht, hallo Regirock, ja Marco, du musst hier Maske tragen, ihr habt hoffentlich alle eure Kondome und eure Masken auf, nur so schaffen wir es, uns vom Pokeros zu schützen, hallo Taco, hallo Shrik, hallo Thomas, hallo Verox, genau, Kondom über dem Kopf, Maske auf dem Pipi, hallo Grissi, es hat jedenfalls sehr weh das zu sehen, ich habe das Gefühl den Leuten, die es gucken, tut es mehr weh als mir, es geht so schnell mit Dioxus, das wird schon, das ist kein Problem, dass es wiederkommt, hallo Megumina, hallo Demon King, hallo Tony, Verox, du bist ein Kamerobd, 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 Kamerombrommel, Kamerobd, Rommel, 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 Rommel. Dankeschön, dass du zum ersten Mal gesuppt hast. Dankeschön. Und Anne, Dankeschön für sieben Monate. Dankeschön. Tyler ist gerade auf Twitch gewechselt. Sehr gut. Twitch ist besser. Twitch ist besser. Leute, ich bin nur auf YouTube online, dass ihr seht, dass ihr auf Twitch kommen sollt, denn Twitch ist besser. Rarot, du bist ein Bummels. Was bin ich für ein Mon? Gar keins, du hast keinen Zettel. Anne, du bist ein Vunera. Und Azrael, hallo. Wie gesagt, Twitch ist besser, Nico. Ich stimme dir zu. Natürlich. Natürlich ist es besser. Marco. Du bist erzählicht. Zwirlicht. Ne, wie heißt es? Zwirlicht. Der random Hund war einfach für mich zu random. Naja, ich habe gesagt, ich habe noch ein paar random Fakts für euch. Und dann habe ich ein Bild gesucht, das sagt random Fakts. Also ein Hund mit einer Brille auf. Hallo Kira. Hallo Blaze Tent. Taco Dragons auch auf Twitch. Schaut Leute, schaut. Alles funktioniert nach Plan. Krabbi, du bist ein Kira. Kira, du bist ein Krabbi. Der Hund mit den Hofmann schon ist so geil. Schon, gell? Sehr gut. Sehr gut. So, ich habe gerade mich noch kurz umentschlossen, dass wir kurz die Mythicals holen in Gen 5 heute, weil es wird am Montag immer noch funktionieren. Aber einfach um sicher zu gehen, hole ich sie mir lieber jetzt, bevor irgendwie am Montag alles kaputt ist, weil die Nintendo Server ausgeschaltet werden. Aber es sollte, also es sollte zu 100% trotzdem funktionieren. Aber wir müssen ja nicht, 99,9%. Aber wir müssen ja nicht es herausfordern. Deswegen hole ich mir geschwind die Mythicals, die ich in die Box rein tue und nicht benutzen werde. Weil ich werde nicht mit Mythicals das Spiel durchspielen. Auch wenn die Mythicals jetzt, glaube ich, nicht so krass gut sind. Ich glaube, Genesect ist das Beste von denen, oder? Beziehungsweise, sie können wahrscheinlich alle einiges. Shiny Genesect nur auf japanischem Black & White 2, oder? Ja, anscheinend auch auf Black & White. Aber es muss japanisch sein. Mach mir keine Angst, hänge auch gerade an Gen 5. Ich, 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 wir brauchen keine Angst haben. Aber warum machst du es nicht auch einfach jetzt? Anstatt nicht. Will die noch übertragen in Home dann? Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich rede von 3DS. Du wirst sie auf jeden Fall auf Home transferieren können. Darum geht es nicht. Äh, ich muss meinen Hotspot anmachen. Aber vielleicht brauche ich ihn gar nicht. Wie war das nochmal? Im japanischen musste ich es einstellen auf den Ding-Einstellungen. Hier sollte es ohne gehen. Das heißt, ich muss nur die Internet-Einstellungen von meinem DS ändern. Un momento. Ah, ich habe das Sub-Goal nicht zurückgesetzt. Verdammt. Wie viel hatten wir heute? Wie letztes Mal waren wir auf? Wir waren über 60. Ich glaube, wir haben heute zwei, ne? Ne, ich sehe es ja hier. Zwei, ja. Zwei. Sollte zwei irgendwann dastehen. Okay, wie holt man eigentlich die Mythicals mit DNS-Servern? Das mache ich jetzt. Ich muss nur kurz meine Internet-Einstellung ändern. Du kannst dir aber auch mein Video anschauen zum DNS-Glitch. Da erkläre ich, wie das geht. Und das mache ich jetzt. Aber ich zeige euch nicht meine Internet-Einstellungen. Gibt es einen Glitch, mit dem man Zeraora holen kann? Nein. Zeraora hast du oder hast du nicht? Äh, Verbindungseinstellungen. Verbindung, Einstellung ändern, DNS, automatisch beziehen und es sollte alles stimmen. Okay. Speichern. Das ist so einfach. Nicht testen. Zurück, zurück, zurück. Warum kann man aus Einstellungen im 3DS eigentlich nicht raus-Home-Button? Das ist so seltsam, der 3DS, wenn man heutzutage Systeme gewohnt ist. Rango Gango, hallo. Du bist im zweiten Orden, erst in schwarz 2. Dann bist du weiter als ich. So, das sollte jetzt funktionieren. Dir fehlen auch nur noch Zeraora und Volkanian. Dann, äh, muss es liebe Leute geben, die euch das geben. Oder ihr wartet, bis die irgendwann wieder verteilt werden. Was passieren kann jederzeit? Wann machst du dann so eine KI-Stimme mit deinem Kopf wie Snogs? Äh, gar nicht. Hallo, was willst du machen? Aber ich habe jetzt gesehen, YouTube hat so scheiß KI-Stimmen. Manche Videos, die ich starte, fangen auf Deutsch an. Das ist so creepy. Ich gucke immer mal Good Mythical Morning. Und die haben jetzt eingestellt, dass, wenn du in Deutschland oder wenn du einen deutschen Account hast, und anscheinend habe ich einen deutschen YouTube Account, keine Ahnung, äh, starten die Videos auf Deutsch. Die haben dann, die haben dann quasi ihre Stimme eingesprochen, zu einer KI gemacht. Und das Video ist auf Deutsch. Nur natürlich stimmt der, die Flaps vom Lippen stimmen nicht. Aber das Video ist auf Deutsch. Mit den Stimmen. Das heißt, ich gucke diese englisch sprechenden YouTuber, die aber die gleiche Stimme haben, nur auf Deutsch. Und das ist so scheiße. Aber voll viele Videos haben das jetzt. Äh, wo bin ich? Geheimgeschehen. Mal schauen, ob es jetzt FirstTry funktioniert. Hat das hier eigentlich Sound? Oh ja. Wie Spiele braucht man zwingend? Äh, zwingend, zwingend. Schwarz eins. Schwarz, weiß. Beide. Also beide schwarz-weiß. Und eins von den beiden Zweiern. Kommt drauf an, was du machen möchtest. Ein Schnuthelm. Ich nehme alles. Ich nehme alles. So viel ist es, glaube ich, hier nicht, was man kriegen kann auf einem deutschen Spiel. Genau genommen brauchst du halt, äh, für die Tiergeistform von den Genies, brauchst du schwarz oder weiß 2. Aber genau genommen kannst du jedes Pokémon einmal fangen in schwarz-weiß 1. Außer Zeraora und Zoroark. Die kannst du aber kriegen mit dem DNS-Clitch zum Beispiel. Was ich hier gerade mache. Also zwingend, 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 ich werde alle spielen, mehrmals. Aber du schaffst es wahrscheinlich auch, wenn du ein paar, wenn du ein paar Sachen okay bist, schaffst du es auch. Spielstadium jedes Mal neu dann? Äh. Was Geschenk suchst du? Alle. Alle. Wie holst du die mystischen und Events in der 6. und 7. Gen? Geht das auch per DNS-Clitch? Nein. Das geht nicht. Ich habe die alle. Deswegen ein Victini. Ich will aber den Gartenpass. Ich will nicht das Victini. Aber okay. Haben wir einen Victini. Hallo, Little Sheep. Hallo, Lucas. Hallo, hallo. Du bist 14 Tage AU. Was heißt das? Vielleicht kommt ja nun mein Ho-Oh-Shiny. AU. Arbeitsuntersuchung. Augmented Ultra Reality. Hallo, Marvin. Äh. Habe nur die Shiny-Version von Zeraora. Hatte ich auch nur. Und dann hat mir ein wundervoller Zuschauer hier ein normales Zeraora aus Gen 7 geschenkt. Arbeitsunfähigkeit. Okay. Dann eine gute Besserung. Äh. Das war falsch. Verdammt. Also kann man Victini mit seiner eigenen OT fangen? Ja. Victini und Keldeo, glaube ich. Ist Keldeo nicht auch? Steht das auch nicht wild rum? Nicht auch wild rum? Also Meluetta. Meluetta und Genesect auf jeden Fall nicht. Aber Victini auf jeden Fall. Und ich glaube Keldeo steht auch rum. Oder. Deos, ich warte. Achso, call. Hier. Natürlich. Deos, was ist das? Das mysteriöse Pokémon Keldeo. Das sagst du ist Habitag, aber Gen 1 Pokémon hören sich eigentlich viel härter an. Das ist, glaube ich, nicht Habitag. Meluetta kriege ich einfach so. Ich glaube, man kann auch was kriegen, um einen Keldeo zu kriegen. Dusselgur. Irgendwas mit Federn. Ich sage, ach ja, Dusselgur, ja. Ich hätte auch Dusselgur gesagt. Keldeo geht nicht. Also geht nur Victini im Pokéball? Schau mal. Nein, nicht das Spiel starten. Fuck mich. Ich will hier raus. Komm ich hier nicht raus? Keldeo, nur ein Schwert und Schild. Okay, okay. Was ist das? Navitaub vielleicht. Was ist es? Wir sehen das rechts. Es ist natürlich ein Kobuin. Ich meine, es ist ein Vogel. Pinguine sind Vögel, oder? Pinguine sind Vögel. Sind Pinguine Vögel? Pinguine sind Vögel. Sind Pinguine Vögel? Ja. Äh, geheim geschehen. Hier will ich hin. Ich weiß, dass Pinguine Vögel sind. Das ist ein Insider. Ja. Ich kenne alle meine Clips nicht. Es ist nur für die Oldschool-Leos-Mind-Schauer. Pinguine sind Vögel. Noch ein Keldeo. Gibt es zwei, oder habe ich es gerade nochmal gekriegt? Ich meine, ich nehme zwei, weil ich brauche zwei. Aber wenn es ein und das gleiche ist, ich glaube, es gibt zwei. Okay, gut. Dann kann ich ja beide jetzt abhaken. Weiß das jemand auswendig? Wo bekomme ich das Item, um die Form von Keldeo zu wechseln? Bekomme ich das in Schwarz und Weiß oder in Schwarz und Weiß 2? Du kannst die Form auch ändern in Schwert und Schild. Ja, jetzt habe ich schon wieder gedrückt. Ja, du kennst mich doch. Ich muss es da ändern, wo es das erste Mal vorkam. Das ist eine Attacke? Ah, das ist einfach nur eine Attacke beibringen und dann ist die andere Form. Okay. Du wusstest nicht, dass Keldeo eine zweite Form hat? Oh mein Gott, ich schaffe es nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir es jetzt hier runter. Mein Ballad mit Shiny Dioxys. Danke. Aber das ist nicht schlimm. Mystoschwert müssen wir beibringen. Okay. Hallo Dave. Regierer am Ausrufezeichen. Ich glaube, du musst sie sogar vergessen lassen. Meine, du hast jetzt zweimal die Form mit Attacke. Echt? Warte, hatte ich gerade die hässliche Form? Habe ich echt gerade die hässliche Form gefunden? Das ist die schöne. Ne, ich hatte doch die Form. Ich hatte nicht die mit dem hässlichen. Wobei, beide, ich, ich... Shaman ist das Hässliche. Keldeo, beide Formen sind okay. Die Resolutform gibt es aber neuen Schwarz-Weiß-Zwei. Hm, und wieder widersprechen sich alle eure Sachen, die ihr sagt. Was machen wir jetzt? Oder es widerspricht sich nicht, aber das heißt... Achso, laut Wopukowiki 9 Schwarz-Weiß-Zwei. Das heißt, ich muss es übertragen auf Schwarz-Weiß-Zwei und dort die andere Attacke geben. Und dann, äh, habe ich die andere Form. Das heißt, hier kann ich gerade gar nicht die Resolutform erhalten. Weil die Form nicht im Spiel ist. Ich bin echt nicht so traurig wegen Deoxys. Weil es so unfassbar schnell geht. Ich bin in zwei Tagen wieder auf 10.000 Resets, weil es so unfassbar schnell geht. Ich bin jetzt schon wieder auf 3.000. War das mit Deoxys vor kurzem? Hatte sowas mal in Shiny Graude in Usum? Das war eine meiner ersten Hands. Ist das ein Shiny Diager? Okay. Ähm, ja. Das war vorgestern. Genau genommen, gestern um 3 Uhr morgens habe ich meinen Deoxys-Fail gehabt. Kriegst alle drei in Shiny? Okay. Das zählen wir aber nicht für unseren Shiny Living Decks. That's too easy. Du hast heute morgen vier Shinies gefangen? Glaube ich dir nicht. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, ich habe auch gerade einen Shiny gefangen. Jetzt kommt noch ein Shiny. Pass auf. Ich fange heute auch vier Shinies. Pikachu. Das ist Shiny. Das sieht man eh nicht, ob es nicht Shiny ist. Das ist das Shiny. Woher kommt das Shiny jetzt? Wir machen gerade Geheimgeschenke. Wenn du wirst, wie das geht, schau dir mein Video auf YouTube an. Äh, Leos meint DNS-Glitch. Was anderes machen wir nicht. Also ich mache nur so lange, bis ich alle vier, fünf quasi, fünf, ähm, Mystischen habe. Und dann spielen wir weiter. Ich habe gestern Nacht ein bisschen gespielt und habe ein paar Pokémon, die ich schon habe, nochmal gefangen für die ganze Reihe. Und was ich echt krass finde bei Schwarz-Weiß, hätte ich nicht gedacht. Oder ich verstehe es nicht. Ich muss mal nachgucken, ob das irgendwie ein Problem ist oder sowas. Aber wenn dein, wenn, wenn, wenn die Encounter-Rate von einem Pokémon irgendwie nicht 50% ist, dann erscheint es so wenig. Ich habe gestern Pokémon gesucht, die waren, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftauchen, 20%. Und sie sind, ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Genesect. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis es erschienen ist. Trotz 20%. Dann habe ich nach 8% äh, äh, ähm, 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 10%. Wieder eine Dreiviertelstunde für ein 10% Pokémon. Was ist denn da? Ich verstehe das nicht, warum in Gen 5 die Encounter... Für mich heißt 20%, ich suche 5 Minuten maximal. Für mich heißt 1%, ich suche vielleicht eine Stunde. Halbe Stunde wahrscheinlich, aber eine Stunde. Vielleicht. 10% heißt, ich suche, äh, 10 Minuten, maximal 15 Minuten. Ach, Quatsch, nicht mal 15 Minuten. Wie zum Teufel sind diese Encounter so selten, obwohl sie 20% sind? War es so ein richtiger Schockwerk? Ja, 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 ich habe das alles natürlich mehrmals überprüft, nachdem es nicht kommen wollte. Wir sind ja dann gekommen und natürlich das erste Zappladin, was kam, war weiblich. Trotz Schambolzen an erster Stelle. Wenn man ein Manafie-Ei von einem Ranger-Spiel auf ein Platin transferiert, welche OT hat das Manafie dann? Äh, ein Ei, also das, das Pokémon aus einem Ei hat immer die OT von dem, der das Ei schlüpft. Vollkommen egal, wie du heißt in Ranger. Meine Ranger-Spiele heißen auch nicht Leo, weil ich immer die Speicherstände weitergespielt habe von dem, den ich auf Ebay gekauft habe. Deswegen, ähm, du kannst einfach oder so, der Ranger-Raum hatte ich schon, okay. Sekrom machen wir noch. Also ich brauch's nicht, aber es kommt wahrscheinlich noch. Welche Events hast du schon bekommen? Äh, ich hab zwei Kale-Deos gekriegt und ein Genes Act. Das heißt, ich brauch noch den, und Victini, aber ich will den Gartenpass und Miloetta noch. Also noch einen Gartenpass und Miloetta brauche ich. Okay, schon wieder kam das Gleiche. Die Affen sind auch ein Krampf. Echt? Aber warum ist das so? Trotz irgendwie 10% kommen die Pokémon nicht. Die Alge haben wir schon. Ja. Ist es angenehm, dass sie einen dann nicht rausschmeißen? Shiny hatten wir dann Victini, selbstverständlich. Nur die Profis kriegen Victini. Ist abhängig von deinem vordersten Pokémon. Wie meinst du das? Da haben wir Schillernes Palkia. Was meinst du, ist abhängig von deinem vordersten Pokémon? Ob männlich oder weiblich? Ja, das war Schambolzen. Schambolzen. Pico-Chiller. Geht der DNS-Bitch nur mit Nintendo da oder auch 2DS oder 3DS? Was? Ach, Nintendo DS oder auch 2DS oder 3DS? Der geht mit jedem. Schau dir mein Video dazu an. Da erkläre ich, wie das geht, wenn du es nachmachen willst. Das geht mit jedem DS. Ich mach's mit einem 2DS New XL. Du brauchst halt, du musst halt Geheimgeschenke empfangen können. Ich glaube, das kann jeder DS. Ähm, hier. Hallo Pascal. Hallo Leine. Da oben war eine längere Nachricht. Ne, das war auch der Boss. Okay. Hol dir den Gartenpass! Mach ich doch grad! Don't tell me what to do! Okay. Das ist schon mal Victini Gartenpass. Jetzt hab ich den Gartenpass, aber ich hol mir Victini erst, nachdem wir das Spiel durchhaben. Ich glaub ich kann, wo, wann kann ich, nee, ich kann von Anfang an zu dem Garten, gell? Das war doch irgendwie der Witz. Okay, nice. Ich hoffe, ich muss kein Kartenalbum löschen oder sowas. Ich hoffe, ich krieg jetzt einfach irgendein, ich dachte, das ist ein Miluetta. Aber es sollten echt nicht viele sein. Hallo Delis. Komm aus deinem Pokeros Video war cool. Dankeschön. Du hast mit Victini zum Spaß das Spiel durchgespielt. Das Victini, das ich fange, darf nicht angefasst werden. All die Mystischen dürfen nicht angefasst werden. Die müssen genauso auf Home, wie sie aus dem Geheimgeschehen kommen. Pokémon Mathe ist eine Sache für sich. Wahrscheinlich verdrängen die höherwahrscheinlich den Pokémon den Spot, der weniger wahrscheinlichen oder so. Nur Spekulation. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das macht ja keinen Sinn, weil deswegen haben sie ja Wahrscheinlichkeiten. Das ist ja so, dass Pokémon mit höheren Wahrscheinlichkeiten Pokémon mit niedrigen Wahrscheinlichkeiten verdrängen. Deswegen hast du ja Pokémon mit 50% und Pokémon mit 10%. Aber es ist schon sehr, ich meine, man kann einfach Pech haben und 10% fühlen sich an wie 1%. Natürlich kann man Pech haben, aber jedes Pokémon, was nicht irgendwie 50, 40% war, hat ewig gedauert, gestern zu finden. Also es ist nicht so mal, ich habe mal Pech mit einem, ich hatte zum Beispiel in Gen 3, glaube ich, ewig Pech mit einem 1% Wasserläufer. Der 1% Wasserläufer. Gott hat es lang gedauert. Und dann kam sie auch noch in Weiblich die ganze Zeit. Wobei kann ich sein, ich hatte ein Echo wahrscheinlich. Aber hier passiert es so häufig, dass ich das Gefühl habe, dass die Wahrscheinlichkeiten irgendwie anders berechnen werden, durcheinander sind, Glitch, Fehler, Bug, irgendwas. Spielst du auf einem Emulator oder auf Real Hardware? Ich spiele auf Real Hardware. Elikant war so cool, ein Encounter männlich und zweiter Encounter weiblich. Perfekt. Wahrscheinlichkeit und Erwartungshaltung so ein schönes Thema. Ja, aber ich habe ja jetzt schon viele, genug Pokémon und da ist es, Miloetta. Ich habe ja schon jetzt genug Pokémon gespielt. Um Gefühl zu haben, was Wahrscheinlichkeit bedeutet und so. Wie gesagt, hier fühlt es sich alles außer Poké-Wiki und alles stimmt halt nicht. Aber das glaube ich nicht. Es ist glaube ich eher, dass hier irgendwas anders ist einfach. Ich glaube, ich habe alle. Ich habe sogar, ich habe keinen Giratine ein Shiny bekommen. Aber egal. Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Soll ich so lange weitermachen, bis meine Karten gefüllt sind? Wie viel, wie viel Karten kann ich haben? Ich glaube 16. Relativ viel kann ich hier haben. Oder 9? Mehr als 9 habe ich schon. Holst du dir auch die Historieform aus Legende Arceus? Selbstverständlich. So ein Kinderspiel. Ich werde dazu kein Video machen, aber Ah, okay. Der liefert bereits zu viele Geschenke. Okay, genau im perfekten Moment mit Meloetta sind die Karten voll. Okay, dann kreuzen wir mal ab. Mal schauen, was wir ich glaube, ich habe alle gekriegt. 12 Plätze. Brauche ich einen leeren Platz im Team? Ja, ne? Oh, so blöd. So blöd. Ich muss jetzt mal ein ganzes Team leer machen. Hier zeige ich euch mal eben, was ich jetzt alles schon habe. In the Box. Ja, das ist ja so klein da unten. Aber hier. Hier seht ihr ganz klein da unten, was ich jetzt alles habe. Was ich gestern eben gefangen habe, sind nochmal zwei Lichtel, nochmal ein Rotomorph, nochmal zwei Zappladin, die ewig gebraucht haben zu kommen. Zufällig habe ich drei Molly Morbers gefunden. Als ich, was habe ich gesucht? Als ich Picochilla gesucht habe, dann ist mir aufgefallen, ich brauche Picochilla nicht, weil Picochilla hat eine versteckte Fähigkeit, also muss ich das eh noch später machen. Und das hat zum Beispiel ewig gedauert. 20 Prozent. 20 Prozent Toxipad im Wald. Ich bin da 20 Minuten rumgerannt für 20 Prozent. 20 Prozent sollte jedes dritte Pokémon sein. Jedes vierte Pokémon sollte ein Toxipad sein. Nix da. Ähm. Dann habe ich noch Makabaya gefangen. Genau. Ja, und dann ewig gesucht habe ich hier nach der eine Stunde und er hat 10 Prozent. Es kann nicht sein, dass man für ein 10 Prozent Encounter eine Stunde suchen muss. Irgendwas ist komisch an Gen 5. Aber es stört mich nicht. Ich habe kein Problem damit, lange Pokémon zu suchen, aber es ist, es ist einfach, ich will mal nachforschen, ob da, ob da nicht irgendein Bug existiert oder so. Oder ob das normal ist. Okay, ich muss jetzt alle hier rüber tun. Schau, was? Ich kann echt, was? Ich brauche zwei Pokémon? Was? Warum kann ich Swarones nicht reintun, aber Was ist dein letztes Pokémon-Stand da? VM? Ne, ich bin im Pokémon-Sender. VM kann kein, kann nicht der Grund sein. Egal. Hallo, No Superman. Ich habe gesehen, ich habe dich inspiriert, deine Manafi-Hand wieder anzufangen. Besser ist es. Besser ist es. Gibt es einen Grund, warum du die originalen Versionen und nicht die Sequel spielst? Meinst du Schwarz-Weiß 2? Warum soll ich Schwarz-Weiß 2 spielen, wenn ich Schwarz-Weiß 1 davor spielen muss? Warum soll ich denn mit Scream 3 anfangen, wenn ich Scream 1 und 2 nicht gesehen habe? Hä? Oder meinst du Remakes? Oh. Oh. Dein Twitch-Outro ist so verdammt gut. Dankeschön. Was ist das mit der Hand oder mit dem Stift? Ja, das Verschieben habe ich mit dem Stift gerade eben gemacht. Touchscreen. Also die Pokémon zu verschieben ist super einfach mit Touch. Aber man kann es ja nicht wirklich Touchscreen nennen, ne? Deswegen muss man ja den Stift benutzen. Litomita habe ich dann gebeten, wo es herkommt, als ersten bekommen. als ich weiß zum ersten Mal gespielt habe. Heftig, dass es bei dir so lange gedauert hat. Ja. So. Schön Ordnung behalten hier. Das sind die ganzen Geheimgeschenke. Zwei Keldäus. Ein Reshiram. Ist jetzt eigentlich aufs Datum geschissen. äh, ja. Weil ich mache den Origin Decks am 4.4. 2024. Äh, und dann sollen die Pokémon auch das Datum haben. Es ist ja nicht unlegit dadurch. Aber ich, ich verstehe, wenn Leute es machen. weil das Geschenk wurde halt nur zu dem gewissen Zeitpunkt verteilt. Aber genau genommen konnte ich, hätte ich auch zu dem Zeitpunkt meinen DS aus Versehen aufs falsche Datum hätte stellen können. Deswegen ist es mir egal. Das kannst du nicht nachvollziehen jetzt wahrscheinlich, oder? Ich, ich mache mir so viel Mühe bei dem Geschlecht, aber das Datum ist mir egal. Ja. Weil wenn mir das Datum nicht egal wäre, dann hätte ich schon seit Gen 1 Probleme. Das Datum muss mir egal sein, bei dem so komplex wie das ist, immer das gleiche Datum zu haben. oder das Richtige Datum zu haben. Noch zwei heißt es. Ah ja, Shiny, Shiny Palkia kommt jetzt noch und dann Miloetta. Oder man holt das Geschenk erst heute ab. Genau. Ah, wie den Shiny. Okay. Dann habe ich aber nur 11 Pokémon bekommen. Ah ne, das Item. Ah, das Item ist das 12. gewesen. Miloetta. Irgendwo ist noch ein... Welchen Pokémon habe ich noch gespielt? Ah, hier. Serpioial. Immer die Lücken schließen, sonst kommen wir durcheinander. Okay, das heißt, ich habe... Ich muss abkreuzen. Sind wir uns sicher, dass wir alles haben? Ich habe Miloetta. Ich habe genau genommen Victini, aber wir holen uns das auch noch im Gartenpass, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Wo ist Victini? Ach, Victini ist ja auf Nummer 0. Das ist so blöd. Das ist so dumm. Victini auf Nummer 0. Und zwei Kale-Dios haben wir sogar schon. Sie sind unterschiedlich. das eine ist 15, das andere ist 50. Robust und zart, aber beide... Warum sehe ich den Ball nicht? Wo sieht man den Ball? Bericht? Beide sind... Beide sind im Jubelballen. Okay. Beide Kale-Dios haben wir. Wir haben auch Genesects und das Kale-Dio und das Kale-Dio und hier ist Genesect. Passt, oder? Dann sind es nur noch die Legis. Traumradar. Sonst Formen und nichts, was ich noch aus dem Wundertausch brauche. Okay. Das war's schon. Tschüss. Ihr findet alle den Deoxys Fail krasser als ich, oder? Keine Ahnung, ich finde den nicht so schlimm, weil ich brauche eh vier Stück davon. Jetzt soll ich so danach weitermachen müssen und der Reset von Deoxys ist so unfassbar schnell, dass ich irgendwie es nicht so schlimm finde. In dem Moment, also ich habe mich schon so eine Stunde. Während dem restlichen Film, den ich geguckt habe, habe ich mich schon geärgert, aber ich war relativ. Das ist schon okay. So, was habt ihr alles geschrieben? Einer deiner Pokémon ist wahrscheinlich K.O. Ah, das kann sein. Ah, das Pico-Chiller war K.O., deswegen konnte ich es nicht rüber tun. Also deswegen konnte ich es nicht rüber tun. Braucht man für Manafi mehrere Ranger, da kann man es auch mit einem machen. Ich meine, wenn du nur einen Manafi ausbrüten willst, kannst du mit einem Ranger machen, aber genau genommen für vier Manafi brauchst du vier Ranger-Spiele. Ich habe gerade was von eine Stunde für 10% Encounter gehört. Ich hatte in Weiß 2 für das 5% Sagana bis auch mehrere Stunden gebraucht und vorher über 10 mal das 5% Relicant bekommen. Wie funktioniert Warbloch-Shiny-Hunden? Keine Ahnung. Ich meinte schon, Schwarz-Weiß-Zweifel in Origin-Dex sind die Sequels doch auch legitim. Ich finde die Sequels viel besser, um entwickelte Pokémon zu fangen. Außerdem ist es mit den Sequels sehr viel einfacher, die auf Bank zu transferieren. Warum ist es einfacher, mit den Sequels hier auf Bank zu transferieren? Das ist genau der gleiche Prozess. Warum soll ich eine Sequel spielen? Das ist die Sequel. Es ist ja nicht so, als ob wir hier von, wir reden ja nicht von Silber, Gold und Kristall, sondern wir reden hier von Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2. Das sind zwei komplett verschiedene Spiele. Warum soll ich mir erlauben, ein anderes Spiel zu spielen, wenn die Regel ist, fange das Spiel in dem Spiel, wo es das erste Mal vorkam. Schwarz-Weiß 2 sind komplett andere Spiele, weil Schwarz-Weiß 2 ist die Fortsetzung. 26 AR pro Stream peile ich erstmal an. Ich habe gestern 32 geschafft in 5 Stunden. Schrecklich. Na, das Abholdatum hat ja trotzdem das Datum vom Event-Eingang. Jaja, ich könnte den DS umstellen auf das Datum, wo ich weiß, dass ich das Event hätte geholt hätte können, hätten sollen. Dann hätte das Pokémon das Datum von dem Event. Aber der Zug ist schon lange abgefahren. Willst du Zoroark noch per DNS hören oder wie machst du es mit den beiden? Zoroark und Zoroark wird eine Überraschung. Was ist denn der Living Form vom Eichendecks? Du könntest noch ein Event-Telebi abholen und es mir geben? Du kannst auch selber einfach dir ein Event-Telebi abholen und dir selbst geben. Okay, wir müssen in die... Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier richtig. Wir müssen in die Wüste. Ich bin hier falsch. Hier ist die Wüste. Wir müssen hier hin. Aber das ist gerne deins. Aber da steht da nicht, dass es meins ist. Da steht, dass es Game Freaks ist. Ich meine Living Form Zeichendecks. Okay. Was ist denn ein Living Form Zeichendecks? Es gibt tatsächlich die Professor Eich Challenge. Deswegen dachte ich, ich hatte es damit was zu tun, dass ich jedes Pokémon, das ich habe, fangen muss, bevor ich die Arena habe. Cool. Was ein riesiges, sau schweres Unterfangen ist. Ah. Funktioniert ja schon mal super. Bitte zeig auch noch, das Miloetta Event später ist ja quasi auch wichtig für das Capo Miloetta und so lernt es seine Special Attacke. Ich habe keine Ahnung davon, was? Ich weiß von nix. Ich kenne auch das Spiel nicht. Ich weiß nicht, das ist ein... Was für ein... Ich habe doch Miloetta. Was gibt es denn da für ein Event? Willst du etwa, dass ich das Spiel normal spiele? Welche Edition ist bisher deine Lieblingsedition? 3? Smaragd ist das Beste. Ich brauche für den Formbundle eine Attacke. Es braucht für den Formbundle eine Attacke. Miloetta. Das weiß ich. Das ist mir aber relativ egal, weil die Form mir egal ist. Aber was für ein Event. Wenn man in Stratos City mit dem Miloetta ins Café geht, triggert eine kleine Sequenz. Ah, schon, das wusste ich nicht. Das können wir machen, ja. Jetzt bin ich gerade hier. Jetzt gehen wir hier erstmal rein. Was auch immer hier passiert. Hi, I sold my mom. In Schwarz 2 kann man mehrere Pokémon auf einmal auf die Box 1 schieben. Bei den Originalen musst du jedes einzelne Pokémon auf Box 1 schieben. Ah, okay. Das ist dann ein bisschen einfacher, ja. Was ist ein Living-Form-Zeichendecks, Komet? Das wird so schön, ey. Das ist so spannend. Er spannt uns auf die Folter. Was ist ein Living-Form-Zeichendecks? Ich kann es mir denken, aber vielleicht kriegen wir eine coole Erklärung. Welche Pokémon-Spiele hast du alle noch nicht gespielt? Ich habe nicht Ranger 2 gespielt. Ich habe nicht Ranger 3 gespielt. Ich habe nur das Mystery Dungeon Remake gespielt. Ich habe nicht Schwarz-Weiß 2 gespielt. Ich habe nicht Ultra-Sonne und Ultra-Mond gespielt. Ich habe nicht Hey You Pikachu gespielt. Ich glaube eher, dass er noch schreiben muss. Das ist so ein ganzer ganzer Absatz. Bei den Gents davor kann man Y drücken und dann Massenselektion nutzen in den Boxen. So, ist jetzt hier irgendwas anderes? Ach, jetzt lässt er mich hier durch. Opa! Meister Jesus will es so. Es gilt nun herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mir, ob du das Zeug dazu hast, Team Plasma zu schlagen. Oh mein Gott, wir... Achso, ich dachte, ich kämpfe jetzt gegen den Boss hier. Das letzte Mal haben wir N getroffen auf diesem Turmspitze-Ding da. Dann ist N weggeflogen mit ich glaube, Zekrom. Stimmt, XD habe ich auch nicht gespielt. Prokoback habe ich auch nicht gespielt. Ist das ein Spiel? Ich habe nicht vor, Misty Dungeon zu spielen. Nein. Ich mag die Spiele nicht. Ich dachte, Poké Park ist sowas wie Pokémon Box. Das hat nicht wirklich Gameplay. Du hast halt einfach die Pokémon in dem Park und dann laufen die da rum. Würdest du sagen, dass es bislang in Gen 5 am einfachsten ist, in Decks zu filmen? Ja. Es wird umso höher du in der Gen kommst, immer einfacher. Gen 5 ist nicht schwer. Du spielst einfach das Spiel durch, fängst die Pokémon, machst einen DNS-Glitch und dann hast du alles. Gen 6 wird wieder ein Problem mit dem Bébillon. Es hat halt technische Limitierungen, die wir aber auch umgehen werden können. und dann Gen 7 hat kein Problem. Das wird einfach nur durchspielen und fangen und sich darüber ärgern, wie schlecht das Spiel ist. Und dann Gen 8 hat das Problem mit Gigas und Pokusan. Aber das ist alles im Vergleich zu den zu Gen 2, 3 und 4 ist alles ein Witz. Es ist alles, es hat alles keine Schwierigkeit jetzt mehr. Wir müssen es nur machen. Gen 6 hat gefühlt mehr Form als Pokémon. Gen 6, ja. So wie Gen 4. Gen 4 hat auch gefühlt mehr Weibchen als alles andere. Du willst dann sowas wie Valkanien bekommen? Kann man nicht bekommen. Habe ich schon. Alle mystischen Pokémon ab Gen 6 kann man nicht bekommen. Außer man hat sie schon und ich habe sie alle schon. Das ist ein wilder Kampf. Raus hier. Braucht doch keine EP. Jedes Pokémon in jeder Form mit jedem möglichen Zeichen. Okay, das ist unmöglich. Das geht nicht. 89 neue Pokémon 127 Formen. Das ist tatsächlich dein Rekord, weil in Gen 4 hatte man also insgesamt war es 150 Pokémon in Gen 4 und ich glaube 30 davon waren Formen. und dann wären es ja hier fast 40. 147 Formen bei Gen 4. Stimmt, es waren so viele. Stimmt, weil weiblich und dann die zusätzlichen ähm Was war das? Wir kommen durcheinander. Ich finde in Gen 6 die Encounter-Rate richtig schrecklich. Haufenweise Pokémon auf einer Route und die Chancen sind meist auf alle ähnlich aufgeteilt. Das kann dann teilweise ewig dauern. Boremi war es. Genau, Boremi ist das, was so viele Formen hat in Gen 4. Soll ich mit was anderem eigentlich kämpfen? Mein Lichtl sollte EP kriegen. Mein Lichtl hat den EP-Teiler, ne? Lichtl ist als nächstes dran, das soll sich entwickeln. Wir dürfen Zapplalek nicht entwickeln, bis es nicht alle attacken kann, was irgendwie auf Level 65 so ist. Und Lichtl dann genauso. Wir dürfen es nicht zu Skilabra machen, bis es nicht alle attacken kann, weil die beiden entwickeln sich durch Steine und lernen keine Attacken mehr, wenn sie entwickelt sind. Total doof. Ich würde am liebsten jetzt schon mit Skilabra rumrennen. Aber genau genommen hat Schwert und Schild die meisten Formen, weil allein Pocosan hat naja, 72. 63? 63. 7 mal 9. 63. Braucht man bei Home die Einträge für die Mystischen, um das Magiana zu erhalten? Ja. Du brauchst jedes einzelne Pokémon. Du brauchst nicht die Formen, also du brauchst nur ein Deoxys und nicht vier. Aber ja, du brauchst ein Living Dex, um Magiana zu bekommen. Deswegen ist das ja so schwierig zu machen, wenn man die letzten Jahre nicht bei den ganzen Events teilgenommen hat. Ich habe es auch nur bekommen, weil ich hier nette Zuschauer habe, die dann gesagt haben, oh, ich habe noch einen Vulkanion, du kannst meins haben. Oder oh, ich habe noch einen Koopa, hier kannst du meins haben. Wer hat Pandir gesagt? Pascal! Pandir hat keine Formen. Pandir ist Pandir. Brütest du dein Hukumil? Warum? Warum soll ich Hukumil brüten? Was? Magiana kann man heute noch auch bekommen. Ja, aber ich schätze mal, Phil meint das Pokéball Magiana. Hat er nie ein 3DS? Da fehlen mir jetzt die mystischen. Hättest du die letzten zwei Jahre aber die Pokémon-Spiele auf der Switch gespielt oder die letzten drei Jahre, hättest du die meisten bekommen. Da wurde nämlich Victini, Vulcanion, Marschedo, Meloitta, wobei Meloitta, die wurden alle verteilt in den letzten Jahren. Zeraora. Das einzige, glaube ich, was nicht verteilt wurde in den letzten drei Jahren, weiß gar nicht. Es gibt welche, die letzten drei Jahre immer noch nicht verteilt wurden. Oder? Hooper? Hooper? In Pokémon Go ist Hooper, aber Hooper dachte ich, war Schwert und Schild einmal eine Verteilung mit Hooper. aber wahrscheinlich nicht. Jetzt bin ich im Kreis gegangen. Fuck! Was? Wo muss ich lang? Hooper, hier war ich ja. Wo muss ich jetzt lang? Ich mache einen Schutz, glaube ich, an. Achso, damit ich 63 Pokusans habe, soll ich die alle brüten? Pokusans ist aber nicht schwer zu fangen. Ich kann einfach da auf diese Wiese gehen und einfach Pokusans fangen. Ich meine, ich muss ja nicht, ach, da muss ich rein, okay. Ich meine, ich muss ja nicht unbedingt brüten. Ich finde, brüten ist immer nur ein Ausweg, wenn man, brüten ist nur der Ausweg, wenn es nicht anders geht. Oder wenn es zu krass ist, wie zum Beispiel ein ganzes Spiel nochmal durchzuspielen oder so. Aber Hokumils kann man einfach so fangen. Ach, ich muss hier rein. Muss ich da rein? Oh. Soll ich das fangen? Ich versuche das mal zu fangen. Dann muss ich meins nicht mehr entwickeln. kurz überlegt, Rotom sechsmal zu fangen. Das habe ich nicht gemacht. Genau. Ich habe nicht sechsmal Platin gespielt, um sechs Rotom zu haben. Sondern das habe ich gebrütet, ja. Überlebst du einen Funksprung? Na, sicherlich. Ich habe vier extra Platin Spielstände, war mir zu langweilig. Schwertschild war Valkanien, Maschero, Genesect als Trio, Sonsviktini bei der WM in London und das Shiny Zeraora. Ja, und Manafi, Shaman und alles kann man heutzutage einfach fangen in Legends Arceus. Warum bist du jetzt gestorben? Warte mal, was? Oh, was? Ich habe nur einmal Funksprung gemacht. Hat der sich selbst umgebracht? Fluch? Oh. Okay, gegen Echner toll, keine Attacke machen. gegen Echner toll, keine Attacke. Okay, ich schätze mal, ich muss hier rein? Warte mal. Okay. Okay, falsch. Ah doch, richtig. Gut. Du hast gestern nur neun gefangen und den Rest gebrütet, ging dann doch recht schnell mit Brüten von Hukumil. Ja. Aber ich fände es jetzt auch nicht schlimm, 63 zu fangen. Weißes weißes flabby bb, welchen xy einfach fangen. Ja, ist doch nicht schlimm, Pokémon einfach fangen zu müssen. ein bisschen aber ich habe es 0,1% hätte, würde ich zwei davon fangen. Ich meine, ich hatte, glaube ich, in Gen 2 hatte ich das Problem, dass da habe ich, glaube ich, Meryl und was war das andere? Meryl und noch irgendwas. Genau, Meryl weiblich. Es kam 1% Meryl. Ich habe keinen Anruf gekriegt. Ich habe vier Stunden lang Meryl gesucht. Es kamen nur Weibchen hintereinander. Dann habe ich gesagt, okay, ich fange das eine Weibchen und brüte so lang, bis ich zwei Männchen kriege. Er und Snowball, genau. Das waren die zwei, die ich dann gebrütet habe, weil ich habe genug Zeit reingesteckt. Breedest du Starter? Ich habe Starter gebreedet in Gen 3 und 4, weil da der Prozess des Transferierens so unglaublich lange dauert, weil du ja jedes Mal sechs Pokémon übertragen musst. Das heißt, ich hätte erst noch sechs Pokémon fangen müssen und so weiter. Deswegen habe ich da immer nur einen Starter gefangen und dann transferiert und gebrütet. Aber hier ab Gen 5 spricht nichts dagegen, dass ich einfach das Spiel sechsmal oder neunmal neu starte, weil ich hier einfach Pokémon Mover benutzen kann. Also hier werde ich die Starter nicht brüten, glaube ich. Ich glaube, es geht schneller mit Mover, die einfach rüber zu schicken, als zu brüten. Hallo Nemesis. 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 Ich gebe dir die Schuld, dass ich keinen Living Decks, sondern einen Origin Decks will. Du schaffst es da, mich zu begeistern wie sonst niemand. Sehr, sehr gut. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Warum, warum, warum? Es ist wunderschön. Außer, du hast nicht genug Geld und nimmst, gehst zur Bank, um dich in Schulden zu stürzen oder gehst zur Mafia, um Geld zu kriegen und kannst das Geld nicht zurück kriegen und dann werden deine Kniescheiben gebrochen. Dann wirst du selber schuld. Aber dann hätte ich vielleicht ein schlechtes Gewissen. Macht es nicht. Wenn es zu teuer für euch ist, weil ihr euch die ganze Original-Hardware holen müsst, dann gebt euch zufrieden mit Remakes. Es gibt auch genug Remakes heutzutage. Schon eine Idee, wie du das mit Vivi-Yor machen willst? Ja, ja. Ich werde meinen DS auf die verschiedenen Regionen modden und dann einfach Vivi-Yor abholen. ich weiß noch nicht, wie das technisch geht, aber wir wissen inzwischen, dass das geht, weil das hier Leute schon so gemacht haben und so werde ich meinen DS einfach die Region ändern und dann habe ich die japanische Region zum Beispiel und dann sollte Purmi die japanische Form bekommen. Das geht mit Modding auch? Alles geht mit Modding. Alles. Hättest du das mal vorher gesagt, jetzt sind meine Knieschelme schon gebrochen. Ja. Und deine Mama ist weg. Das wäre natürlich auch ein Pokémon, was man verteilen könnte, wie Wuffels. Welche ist was? Die Vivi-Yors? Ähm, ähm, ähm. Also, nein. Oder die Eier? Die Eier? Nee, die Eier gehen nicht. Eier würden nicht gehen. Ja, aber der Aufwand ist ja... Nein, Eier gehen nicht. Das haben wir doch getestet. Ich meine, du hast doch nur Vivi-Yors, weil der Typ sich umbenannt hat und sich den Namen Dave gegeben hat. Warum habt ihr das denn nicht mit Eiern gemacht? Weil er ein weiter hätte spielen müssen? Nee, da haben wir hier drüber diskutiert und die Eier... Es ist nicht so wie bei Flabbi-Bee, dass so ein rotes Flabbi-Bee brüht ist und dann schlüpft ein rotes Flabbi-Bee auf, sondern das Ei misst den Moment, den Ort, wo es gerade ist. Fuck. Wo es gerade ist und krieg die Form von dem, wo du gerade bist mit dem Ei und nicht, wo das Ei hergestellt wurde. Ich denke, irgendwann wird es auch in den S-Saber geben für Gen 6 und Gen 8. Nein. Wahrscheinlich nicht. Das ist anscheinend technisch schier unmöglich. Sau schwer. Es gibt zu wenige Leute, die das interessiert anscheinend auch, glaube ich. Ich kämpfe halt schlecht. Eigentlich sind die hier nicht so schwierig. Wenn ich aber dann das Polar brüte, kommt nicht mehr Polar bei raus. Wenn du mir Ei aus deiner Region gibst, zum Beispiel Polar, wenn ich es ausbrüte, ist es auch Polar, selbst wenn meine Region nicht Polar hat. Wenn ich aber dann das Polar brüte, kommt nicht mehr Polar bei raus. Korrekt, aber ich glaube, der erste Schritt geht auch schon nicht. Fragen wir Google. viel Spaß. Was ist denn dieses eingeblendete Auge über dem Touchscreen eigentlich? Das ist unser Auge hier. Das kannst du steuern, wenn du auf Twitch wärst. Oh, du bist ja auf YouTube. Ja, schau, da siehst du doch, was das macht. Da siehst du, was der Xenoblade-Fan macht. Ohlala, ohlala. Das moderne Vivillon habe ich so bekommen. Wir sind jetzt schon so tief in der Diskussion, dass ich nicht mehr Kleinball geben kann und ich bleibe bei dem Punkt, dass es nicht geht. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wie steuert man das? Das findest du raus. Schlüpft bei Zucht aus einem Ei, die eingestellte Konsolenregion bestimmt während der Zucht die spätere Form von Vivillon nur in 6 bis 7. Das war mein erstes Pokémon-Spiel. Das erste Pokémon-Spiel war mein erstes Pokémon-Spiel. Schlüpft bei Zucht aus einem Ei, die eingestellte Konsolenregion bestimmt während das ist doch kein Satz. Schlüpft bei Zucht aus einem Ei, die eingestellte Konsolenregion bestimmt während der Zucht die spätere Form von Vivillon nur in 6 bis 7. Okay, deswegen geht's in deswegen geht's in 9 nicht mehr. Bei 9 ging das ja nicht. aber in Gen 6 und 7 geht das mit Vivillon noch. Dass man es brütet und dann behält es die Form dieser aus dem Ei, Schlüpft hat hier noch jemand mit Pokémon lesen gelernt? Nein, so alt oder jung? Ich bin zu alt dafür. Oder? Ja. TomTom, du bist ein äh, äh, ähm, 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 hier, gimme Ghoul. Hab' gerade das Windpocken-Video angeschaut. Das Windpocken-Video. Echt cooles Video. Scheide, dass sie den Pokoros entfernt haben in den neuen Spielen. Ich habe aber noch einen Mon auf Gen 5 mit dem Virus. Krass. Ja, ich glaube, wenn ich die Kommentare morgen oder so durchlese, werde ich sehen, dass super viele Leute schreiben, also ich hab' den Pokoros bekommen damals. Aber es ist halt trotzdem sackenunwahrscheinlich. Ich kämpfe so beschissen gerade. Quentino, du bist ein Matrifol, heißt es doch, oder? Und Mariko, du bist ein Togekiss. Und Pyro, du bist ein Weherba. Oder ist es Horerba? Es ist wahrscheinlich Horerba. Und Ollopoto, du bist ein Krabutak. Husky, du bist ein Jirachi. Da supportet man den Stream und bekommt erstmal einen Mecker, dass man auf der falschen Plattform ist. Ja. Alle die, die auf YouTube zu gucken, hört auf. Kommt rüber auf Twitch. Vor kurzem hast du eine Weiß-Naslog gespielt und tatsächlich ein Team-Member gehabt, was auf einmal den Prokos hatte. Hatte ich niemals vorher und werde ich auch wohl nie wieder. Krass, ja, ein Weiß, ja, Gen 5. 1 zu 22.000, dass du den Prokos bekommst. Ich hatte es noch nie. Ich hatte es noch nie. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich habe, also ich habe Gen 1 und Gen 2 zur Vergasung gespielt, damals als Kind. Und alle anderen Editionen habe ich halt jetzt, könnt ihr auf YouTube gucken, wie viel ich die gespielt habe. Schwert und Schild habe ich verdammt viel gespielt, aber habe ich halt hauptsächlich gebrütet. Wäre ich da mit meinen, was, 4.000 Stunden, wäre ich da im wilden Gras gewesen, hätte ich wahrscheinlich ein paar Mal Pokeros gekriegt. Aber ich habe halt nur gebrütet da. Nun denn, fühl dich geehrt, unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt und erlange seine Anerkennung, so dann wirst du unserem König in einer letzten, entscheidenden Schlacht gegenüber treten. Hallo Jonas. Hallo LPL. Hatte damals den Pokémon mit Pokeros auf meiner Smart Edition. Hab Panik bekommen und das Pokémon freigelassen? Schon, oder? Weil es ist Pokeros. Man hat eigentlich, ich hätte da glaube ich auch Angst. Ich hätte mir da auch gedacht, oh mein Gott, das macht alle meine anderen Pokémon krank. Das können wir doch nicht machen. Als Zehnjähriger reagiert man einfach anders, ja. So, was ist gerade passiert? Der hat wahrscheinlich über irgendwelche fanatischen Sachen wieder geredet. Hallo, ich würde gerne hier unten bleiben, hier soll es Ramoth geben. Teleportieren die mich jetzt einfach hier hoch? Das werde ich Ihnen nie verzeihen. Was denn? Ich habe nichts mitgekriegt, Sharon. Erzähl es mir nochmal. Fass noch mal in einem Satz zusammen. Religion ist doof. Ah, danke. Leo, 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 Leo. Hallo Leo, bist du da? Ah, endlich habe ich dich an der Strippe. Hör mir jetzt gut zu. Leo, lass alles stehen und liegen und komm auf der Stelle zum Museum von Septerna City. Auf der Stelle hörst du? Leo, ich meine das sehr ernst. Leo, in Ordnung? Los, nimm die Beine in die Hand, Leo. Jobo, du bist ein Algit. Dave, du bist ein... ein Gravel. Und Linky, du bist ein... Polschergeist. Mordscher. Mordscher. Fertility. Sinistie. Mordscher. Polschergeist. Ein Geist bist du. Du bist ein Geist. Mein Follow bei dir war einfach weg. Stieben, oh nein. Farskai, du bist ein... Was macht hier jetzt gerade so viel? Ich gehe erstmal woanders hin. Äh, so, wo soll ich hin? Sharon, sag nochmal. Und ich, ich werde nochmal den alten Palast eingehen und eine Lupe nehmen. Bring mir einen Ramath mit. Ich glaube, ich soll zum Professor. Ich weiß natürlich, wo die ist. Hey, Oliver. Ähm. Ich glaube nicht, dass ich zur Ruhe... Ich glaube nicht, dass ich ins Labor soll. Wir gehen mal ins Labor. Kommen die Spirit-Pokémon aus dem... Gameboy-Printer. Das wäre super cool. Das würde ich sofort machen, wenn es technisch... Also, gehen tut alles, aber... Das wüsste ich nicht wie. Farskai, du bist ein Clefki. Fabian Panda, du bist ein Wutpilz. Und Rango-Gango, Rango-Gango, du bist ein Tabuga. Das kann nicht hier sein, oder? Ich muss... Das kann nicht hier sein. Ich muss irgendwo anders zu dir. Sie ist nicht da. Fuck. Hätte ich mal mitgelesen. Deine Videos und Streams sind einfach vom Unterhaltungswert zehnmal höher als die der teilweise deutlich größeren YouTuber aus Deutschland. Und qualitativ auch mega umgesetzt. Davon abgesehen, nicht falsch verstehen. Aber deine Stimme hat einen beruhigenden Effekt immer während der Klausurenphase an der Uni. Nice. Fitter Affe, vielen, vielen Dank für diese nette Nachricht. Das freut mich sehr. Und natürlich ist es beruhigende Stimme. Das verstehe ich nicht falsch. Alles gut. Ich höre seit fünf Jahren das von wegen... Verstehe mich nicht falsch, aber deine Stimme bringt mich zum Einschlafen. Und ich habe das schon immer positiv gesehen. Ist die in StratoCity? Hab während der Manafi-Huntersee schon zweimal Pokeros gefunden. Moment, aber woher weißt du das? Du musst ja zum... Ah, wenn du im Tausch-Screen auf deine wilden Pokémon gehst, sieht man das dann. So hast du es rausgefunden. Ich überlege gerade, wie würdest du das rausfinden? Weil du gehst nicht ins Pokémon-Center, aber im Tausch-Bildschirm würdest du es wahrscheinlich sehen. Leute, ich brauche Hilfe. Wo muss ich hin? Wo wartet die Professorin auf mich? Vielleicht in der neuesten Stadt? Bei den Manafi-Shiny-Checks hatte der Starter Pokeros. So habe ich es gesehen. Ah, der Starter hat Pokeros. Das heißt, davor waren es die Wilden, die du eingetauscht hast. Ach krass. Ich gehe gar nicht auf den Starter. Ich gehe direkt auf den Manafi und checke, ich gucke mir die anderen gar nicht an. Aber ich sollte die anderen auch angucken. Das ist bestimmt lustig, wenn ich eins finde, ja. Im Museum. Also wo ich gerade bin, war ich nicht im Museum. Septerna City. Septerna City. Ayono, Stratos. Ah, es ist die nächste Stadt. Nee. Stratos. Septerna. Ah. Du hast Mamfaxo. Ich hante den kleinen Lümmel. Auf drei Editionen. Oh Gott. Wie viele Tage checkst du schon nach Mamfaxo? Leo, wir machen doch auch den Origin-Decks, um die Spiele zu lernen, dachte ich. Ja, aber nicht die Story. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute Gen 5 Story gut finden. Ich finde das ganz schlimm, wie die hier reden. Und die Bösewichte. Nicht nachvollziehbar. Kommt lang nicht ran an Don Quixote von One Piece. Hier, guckt. Ich habe es gefunden. Geht der DNS-Gesch eigentlich noch nach dem 9. Hast du das nicht vorher schon... Äh, ja. So 99,9% würde ich sagen. Aber trotzdem habe ich deswegen heute mir alle Mystischen geholt. Aber es sollte hundertprozentig gehen. Ach stimmt, dieser dumme Draco-Schädel. Ey. Draco-Schädel wird geklaut. Wir rennen den hinterher. Rüppel sagt, ooooh. Kommt schon. Lass mich doch einfach gehen. Der Typ sagt, okay. Und dann lassen wir den Rüppel einfach laufen. Mit dem Draco-Schädel. Oder? Ne, sie hat ihn mitgenommen, den Draco-Schädel. Ach, der Lichtstein ist diese Kugel gewesen im Museum, wo wir hingegangen sind. Und dann haben die gesagt, wir wissen nicht, was es ist. Ah. Wow. Bisschen mehr als eine Woche. Ah, Nailsy, da hast du ja noch. Das kommt bald. Ich hatte noch nie Pokerus. Okay, jetzt werde ich bei Manafi. Wo könnte man das noch alles checken? Gibt es Pokerus in Kolosseum? Ich meine, nein. Aber. Natürlich kann man es dort nicht sich holen. Aber wenn man Pokerus-Pokémon auf Kolosseum überträgt. Das stand nirgends. Das muss man mal überprüfen. Okay. Wir sollen zur nächsten Stadt gehen. Let's go. Wir haben immer noch vier Städte vor uns, aber nur noch eine Arena vor uns. Das finde ich krass, wie schnell man auf sieben Arenen kommt, aber gerade mal Hälfte der Städte hat. Hallo, Itaco. Übrigens ist es jetzt Winter, weil wir im April. Die Frage ist, wo... Oh mein Gott. Jetzt ist das hier alles eingefroren. Ich schätze mal, ich muss irgendwo da lang. Moment, jetzt brauche ich Surfer, um da lang zu kommen, weil Winter ist. Nicht deren Ernst. Oh. Never mind. Hä? Wie es im Winter einfach zu einem Rätsel hier wird. Unverschämt. Deswegen waren diese Baumstümpfe da. Das ist schon cool gemacht. Das ist cool. Aber nervig. Warum muss ich lang? Ah, hier, hier, hier. I got it. Okay, Colosseum zeigt den Pokerus an. Cool. Da muss ich bei Manafi auch mal drauf achten, dass ich über den Starter gehe. Aber würde der Pokerus nicht auch im Tauschbildschirm angezeigt werden? Wenn ich zumindest spätestens, wenn ich den Bericht von dem Pokémon anschaue im Tauschbildschirm. Aber das ist natürlich aufwendig. Aber wenn er frisch ist? Gen 4, frischer Pokerus, ist eigentlich so ein fettes, lilanes, rosanes Symbol. Aber vielleicht sieht man es nicht im Tauschbildschirm, sondern nur, wenn man auf Bericht geht. Wie oft wechselt die Jahreszeit? Jeder Monat. J-Gamer, du bist ein Milzer. Also, Jahreszeiten sind einfach jeder Monat, also Echtzeitmonat. Das heißt, jetzt ist April, Januar, Frühling, Februar, Sommer, März, Herbst, April, Winter und wieder von vorne. Sehr einfach zu merken. Aber man kann auch einfach das Datum vom DS umstellen und dann hat man auch die Jahreszeit umgestellt. Es gibt außer Sesokits keine Pokémon, die Jahreszeiten basiert sind. Nur Sesokits, wenn man die Form überhaupt möchte. Aber es gibt halt, die Regionen ändern sich, sodass du zu bestimmten Regionen nur hin kannst im Winter zum Beispiel. Weil zum Beispiel der See zufriert oder weil Laub dir so einen Berg macht, wo du hochgehen kannst oder sowas. Aber ich glaube, selbst das sorgt nicht dafür, dass man andere Pokémon fangen kann. Aber halt Items und wahrscheinlich auch wichtige Items, zu denen man hin muss und so weiter. Ein Counterrate kann sich ändern, ja. Drei Städte sind Postgame? Okay. Da habe ich ein Shiny von Delio. Nein. Nein. Dieses Biss-Bug. So, 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 so. Leicke Haut, so knallhart hier. Ich meine, ich könnte ja wechseln und versuchen mal ein bisschen intelligent zu kämpfen. Okay, machen wir das kurz. Spielst du jetzt nebenbei Zelda? Toni, welches Zelda? Wollen wir einen Spind tauschen, Leo? Spinnt. Ein Shiny tauschen, Leo? Robin. Nein. Warum ist mein Meistergriff tot? Was war das für eine Attacke? Hä? Was ist das denn? Bell. Entspann dich, Bell. Was ist dein Lieblings-Shiny? Nummer 473. Prani, Prani, Prani. Hallo, Prani. Warum sehe ich Prani nicht? Wo ist Prani? Hast du schon Pokémon Colosseum gespielt? Ja. Relativ oft schon. Aber ich habe nie Pokémon XD gespielt. Warum sehe ich Prani nicht? Ich sehe Prani nicht. Wo ist Prani? Prani ist nicht da. Da ist Prani. Oh mein Gott. Wieso sehe ich Leute mit VIP-Zeichen nicht? Ich verstehe. Das ist für mich, als ob das so ein schwarzes Loch ist. Das ist einfach weg. Prani, hallo. Hallo. Da. 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 Mammut-Tail ist jetzt nicht schön. Ah, so ein shiny Mammut-Tail. In gelb. Ist doch okay. Fragwürdiger Geschmack. Okay, dann 823. Hallo Ultra. Ich suche mir Van anders, der mir shiny gibt, die netter sind. Okay, mach das. Nettigkeit wird also definiert, ob man shinies herschenkt. Mann, bin ich ein Arsch dann. Kramor. Ah, Kramor ist ein cooler shiny. Das ist Silber. Ist doch okay. Sagt er und kann ich mal bitte sagen. Bitte. Wow, warum ist Bell auf einmal so hart? Magst du eigentlich Crocs? Ich finde cool, dass man in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom Crocs sammeln muss. Das Crocs sammeln hat dafür gesorgt, dass ich Breath of the Wild geliebt habe. Weil du dadurch die Welt kennenlernst, jede Ecke erkunden musst und sowas. Ich mag Crocs sammeln. Ich finde es nicht schlimm, dass man 1000 sammeln muss. Äh, Grill Cheetah. Ich habe shiny Kramor, kannst du haben? Nein, danke. Er versteht das einfach nicht. Das ist eine Art von Zuneigung. Wenn er nett ist, mache ich mir Sorgen. Die Rucksack Crocs sind nervig. Ich meine, die Rucksack Crocs sind dafür da, dass du kreativ bist und halt einen Weg findest, die dahin zu transportieren. Aber ich bin da auch immer so von wegen, ich nehme das einfach und trage das einfach den ganzen Weg, anstatt irgendeine kreative Lösung zu finden. Und dann wird es halt nervig. Aber wenn man, glaube ich, kurz kreativ so nachdenken würde, wäre es, glaube ich, echt cool. So, wenn man genug Raketen dabei hat oder sowas. Ich habe nicht Pokémon Go. Okay. Ich bin gespannt, was Lionel uns heute noch alles sagen wird. Du hast kein Pokémon Go. Warum nicht? Das ist ein schöner Zeitvertreib, während man spazieren geht. Inferno, was? So eine andere Attacke durch Inferno ersetzt werden. Achso, wir sind hier. Eine Attacke vergessen. Oh, Inferno, Inferno. Inferno war doch, passt schon so, ne? Stärke 100, Genauigkeit 50. Anwender greift das Ziel an, indem er mit einem dichten Flammen. Ziel erleidet Verbrennung. 100% Verbrennung. Spezial. Verbrennung ist doch mal richtig kacke, oder? Funkenflug, Stärke 70, Genauigkeit 100. Da ist Funkenflug so tatsächlich besser. Die Blasen treffen auch bei Nachbar der Ziele. Natürlich ist Funkenflug besser. Ich lerne nicht in Ferno, oder? Ne. Da treffe ich zweimal Funkenflug und ist stärker. Das machen wir nicht. Geht nicht mit Anmeldung. Pokémon Go hast nicht geschafft, dich anzumelden. Okay. Hat eines der Geheimgeschenk-Pokémon eigentlich eine Attacke, wegen der es nicht übertragen werden kann? Selbst wenn, musst du halt die Attacke dann verlernen. Ich glaube, die Mystischen haben keine, weil die Mystischen existieren ja nur so in der Verteilung quasi. Somit wäre es Quatsch, wenn sie etwas verteilen würden, das man dann nicht übertragen kann. Es gibt sowas. Es gibt zum Beispiel Zapdos. Aber ich weiß nicht, ob das die Ausnahme gerade war. Es gibt zum Beispiel, es gab eine Verteilung von einem Zapdos, das fliegen kann. Aber Bank sagt dann, fliegen, VM, verlernt es. Und dann denkst du so, ihr habt mir das so gegeben. Aber es kann sein, dass Zapdos zum Beispiel die Ausnahme war, dass es da ging, obwohl es eine VM ist. Kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht, dass die Mystischen irgendwas können, was man nicht übertragen kann. Gibt es auf YouTube auch Quay? Auf YouTube gibt es gar nichts. Alles gibt es nur auf Twitch. YouTube ist nur Werbung. Ich muss auf eine spezielle Website dafür. Du musst auf eine spezielle Website, um dich auf Pokémon Go anzumelden. Was reden wir von einer? Was für eine? Endet die auf T-O oder R-U? Was für spezielle Website? Wo bist du denn unterwegs? Pokémon Go? Wo schickt uns Pokémon Go hin? Pokémon Go? Pokémon Go? Brr-Rabigator? Lichtl? Ey, ein Klacks. Bl-Rabigator? Kleines Geschenk. Meisterball? Was soll ich vorstellen, wenn ich wirklich der Charakter wäre? Die Leute reden mich an und ich bin nur so... Die hat mir gerade Sachen erzählt, die ich zum ersten Mal höre. Ciao, Bell. Tschüss. Die da oben sind mir. Die sind Sass hier oben. Kennt ihr dieses neue Spiel, was gerade alle spielen? Äh, Content Warning. Ich habe das gestern bei Pay Money Wabi angeschaut. Boah, ist das lustig. Um vier Uhr morgens. Ich gehe zu spät ins Bett. Mann, ist das lustig. Final Fantasy 7? Nein, keiner spielt Final Fantasy 7, oder? Es war doch nach einer Woche schon wieder vorbei. Irgendwann werden wir weiterspielen. Nee, Content Warning. Gott, war das lustig. Jesus, oh mein Gott. Was ist Content Warning? Ein Spiel. Wie du befohlen hast, Meister. Ey, die... Okay, die dümmsten Charaktere in diesem Spiel sind diese drei Ninja. Die Ninjas. Jedes Mal. Jedes... Ich glaube, ist das der Witz? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Witz an denen ist. Sind diese Ninjas absichtlich doof? Oder meint Game Freak das ernst, diese Ninjas? Weil jedes Mal, wenn die Ninjas kommen, machen sie etwas, was ich sowieso gerade gemacht habe. Also sie erscheinen drei Schritte, bevor ich mit N rede. Und dann packen sie mich, bringen mich zu N und sagen, hier, Meister, wie befohlen, wir haben euch Leo gebracht. Irgendwie so, ich... Drei Schritte. Ich war drei Schritte von ihm entfernt. Gerade schon wieder. Jesus steht vor mich, geht zu Jesus. Die kommen, packen mich und sagen, Jesus, mein Lord, wir haben... Wir haben dir Leo gebracht. Ich denke mir so, was? Ihr habt nichts gemacht. Aber es kann sein, dass es auch lustig gemeint ist von Game Freak. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob das ernst gemeint ist. Ein Gar-Warn-Witz hier gedankenagt an ihm. Mhm, mhm, mhm. Da haben Pokémon, ja. Alle Freunde, alle Pokémon freilassen. Hast du hier geholt, weil es vorgestern kostenlos war, dieses Content-Warning. Es sieht sehr lustig aus, wenn man Freunde hat. Und jenes hehre Vorhaben, die Pokémon zu befreien. Wir werden in Domain und Nachbarn lese ich. Unrecht gebrannt, gebrannt, als nächstes kommt, wie sagt man, Ende Stigmata. Gibt es irgendeine Referenz, wo Änderung so ein Kreuz hängt oder sowas? Schwuppdiwupp. So eine fette Brücke. Soll das die New Yorker Brücke sein? Ich glaube, die eine Brücke ist doch die Golden Gate Bridge. Wobei, nee, das soll doch hier alles New York sein, oder? Hat New York zwei Brücken? Was ist schon die zweite Brücke, über die wir gehen? Hat ein Leo Freunde, wenn er so unfreundlich ist? Nein. Hey, Pitcher, auf deine Position. Gleich kommt Ball Nummer 1. Okay, das ist lustig. Schleuder TM. Oh Gott, hier sind ganz... Ich dachte, ich bin in der Stadt. Oh Gott. Ich liebe deine Videos. Hast du nicht gerade eben gesagt, dass du mich nicht magst? Ich suche mir wen anders, der mir Scheine gibt, die netter sind. Ich liebe deine Videos. Okay. Du änderst deine Meinung schnell. Von du bist nicht nett über ich liebe deine Videos. Nein, doch. Ich habe es gerade vorgelesen, was du geschrieben hast. Er meint ja nicht dich als Person, sondern die Videos. Stimmt, verdammt. Gute Videos haben nichts mit nett sein zu tun. Stimmt. Okay, okay, ihr habt recht. Das ist kein Widerspruch. Laber doch nicht. Du hast mal gesagt, wir sind Freunde. Prani, du bist ein Kaumalat. Content Warning ist, du... Also ich würde es nicht spielen. Ich fand es so lustig, zuzugucken. Ähm, Content Warning ist, du bist zu viert und ihr seid YouTuber. Und ihr müsst ein YouTube-Video zusammen aufnehmen und ihr habt dort immer Ziele. So erreiche 5000 Views, erreiche 10.000 Views und so weiter. Und ihr seid zu viert und ihr habt eine Kamera. Einer muss quasi mit der Kamera filmen. Und dann ist halt in der OBG-Umgebung so eine Höhle mit Geistern drin, so wie ein bisschen wie bei Phasmophobia eben. Die reagieren anders auf dich und dann musst du eben da runter gehen und die Geister filmen und daraus ein gutes, lustiges Video machen. Und dann kannst du das da hochladen und dann das Spiel berechnet dann quasi wahrscheinlich daran, wie laut, wie... Was man macht halt, ob das Video gut ist und dann kriegt man dafür Klicks. Aber es ist halt super lustig. Du bist halt da unten, machst den größten Blödsinn und immer mal wieder nimmst du das auf. Und am Ende schaust du dir dieses Video an, was du aufgenommen hast. Und das kann halt super lustig sein, wenn man es lustig macht. Kannst du wieder ein Pokémon nach mir benennen? Nee, du magst mich nicht. Du hast gesagt, du hasst mich. Hallo, Maure Diven. Weiß jemand, wie die Shiny-Reiter bei Suicune in Kristall ist? 1 zu 8192. War nicht böse gemeint? Doch, du bist voll böse. Du bist voll gemein. Ich hätte nicht gedacht, dass Kinder so gemein sein können. Wie alles andere in Gen 2, bis auf Eier. Aber alle Eier sind doch auch 1 zu 8192, oder? Bis auf halt Rare Egg, wenn man Glitch macht. Oder sind Eier insgesamt, haben die eine andere Wahrscheinlichkeit. Achso, die haben eine andere Wahrscheinlichkeit. Wegen der Geschlechter und sowas. Ja, ja, doch. Stimmt, 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 stimmt. I forgot. Ihr habt dieselbe Frisur. Ich und Zap Lalec. Hallo, Marco. Hallo, Kativa. Hallo. Hast du vor, Suicune in Kristall zu handen? Ganz viel Erfolg. Das wird, das wird... Es ist zumindest von den Romern. Ich meine, in dem Fall ist es dann kein Romer, aber... Ich würde sagen, auch... Eine sehr coole Hand. Jedes Mal das Suicune wegschicken. Und dann ins Gras gehen und gucken. Und ey, saucool ist einfach, dass es dann für immer shiny ist. Das heißt, du kannst einfach... Du könntest das komplette Spiel durchspielen. Und nachdem du das Spiel durch hast, wieder... Dauernd... Dauernd shiny Suicune encountern. Bis du irgendwann Bock hast, es zu fangen. Darfst es halt noch nicht umbringen. Warum NDS nicht eine Stunde vorgestellt? 16.02. Achso. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestern extra meine NDS vorgestellt. Um eine Stunde. Keine Angst. Die Uhrzeit stimmt. Es ist 16.03 bei mir. Ich dachte mir gerade, hä, ich habe es doch vorgestellt. Die Ponytox. Scheine wohin genau ist, rosa ja. Cool wäre, wenn das weibliche wohin genau einen anderen Lippenstift dann hätte. Aber es hat auch einen roten Lippenstift oder? Cool wäre, wenn das rosa wohin genau ein weiblich dann so einen schwarzen Lippenstift hätte oder einen blauen Lippenstift. Ich versuche hier gerade durchzukommen, weil ich will mich einmal kurz heilen und dann gehe ich zurück und versuche die alle zu besiegen, aber was ist hier? Hier ist ein Kaufhaus mitten auf der Straße. Ich meine, Kaufhäuser haben das so an sich, dass die an der Straße sind, aber oh mein Gott, was ist das hier? Das ist cool gemacht. Da muss man nicht um den Aufzug fahren, sondern kann einfach zu jedem Shop hingehen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann, wobei in Gen 9 ist das so, oder? Na ja, in Gen 9 gibt es auch immer noch Items, die man nur in bestimmten Läden finden kann. Aber irgendwie ist das auch cool. Aber irgendwie wäre es auch schön, wenn es einfach einen Laden gäbe, der alles hat. Aber irgendwie ist es auch cool, dass man sich überlegen muss, warte mal, ich brauche die Reißbällchen, also muss ich zu dem... Wie hieß nochmal der Laden? Die Wortwitze, die sie immer gemacht haben mit den Läden. Gönn dir? Ne. Schluck weg? Ne. Mittlerweile ist Schock im Pokémon-Center. Ja, in Gen 5. Das erste Mal Schock im Poké-Center. Hallo JJ. Hallo Sarah. Das ist KDW. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät, N, hat seine Kräfte mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und es eine glorreie Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung Einalls durch den Helden. Mensch, das wäre doch super, wenn es da so einen Legenden-Einall gäbe. So einen Legenden-Kurem. Wo man dann darüber reden könnte, was damals passiert ist und die Geschichte sich heute wiederholt. Jaja. Es wäre doch cool, wenn sie das machen würden und nicht einfach die 5. Gen überspringen würden. Hm. Im Gegensatz zu uns einfälligen Menschen wohnen den Pokémon-Fähigkeiten inne, die unser Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es gibt so vieles, dass wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, in das wir Menschen sie so schmählich gespannt haben. Hallo Ryu. Wom hört, ihr guten Leute, gründet mit uns Team Plasma jenes neue Land. Ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickenden Trunk der Freiheit herberrauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Ihr redet grad mit 5 Leuten übrigens. Das ist auch cool. Ne. Mehr. Acht. Euer ergebener Diener Jesus sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der F... Der F... Oh mein Gott. Ich bin beleidigt, Leine. Ich bin jetzt richtig beleidigt. Du hast gesagt, ich bin nicht nett. Du hast gesagt, du gehst zu jemand anderem, der dir ein Shiny schenkt, dann geh zu jemand anderem. Ich verschenke ja nie Shinies hier. Ich bin ja nicht nett. Ich glaub... Egal. Muss aufhören. Ich bin aufs Remake gespannt. Welches Remake? Ein Remake a la BDSP wäre cool. Ich hoffe immer noch auf ein Remake a la BDSP. Also ich hoffe auf ein Remake und irgendwann werden wir auch ein Remake bekommen. Aber ich hoffe nicht auf ein Remake a la BDSP, weil dann wird's halt kacka. BDSP war doch kein gutes Remake. Ein Remake sollte versuchen, zumindest besser zu sein als das Original. Oder zumindest... Besser ist oft schwierig, weil Nostalgie macht einen riesigen Punkt aus. Aber es sollte es nicht... Es sollte das Erlebnis nicht schlechter machen. Und das hat's definitiv schlechter gemacht. Sollten wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Nein! Keiner. Keiner findet cool. Keiner findet cool, was Jesus gesagt hat. HGSS immer noch bestes Remix, was wir je bekommen haben. Ich glaub viele finden auch Let's Go das Beste. Was es glaub ich für mich auch wäre. Wenn Gen 1 nicht... Wenn Gen... Also erstmal Gen 1 ist ausgelutscht. Weswegen ein Remake von Gen 1 für mich immer langweilig wäre erstmal. Aber... Ja und das Fangsystem ist halt schrecklich. Deswegen ja. Ich habe HGSS ja tatsächlich nie gespielt. Ich habe das Original zuhauf gespielt. Aber ich habe nie das Remake gespielt. Ich habe einmal eine Nostlock in SoulSilver glaube ich angefangen. Und dann bin ich glaube ich ziemlich schnell gestorben. Ok, ok, ok. Oras war mega. Oras ist auch sehr gut. BDSP hat auch coole Seiten. Man kann Legi Shiny hunden. Ähm... Das war's. Ne, der Untergrund war cool. Weil da die ganzen Pokémon rumgelaufen sind. Die kleinen Höhlen, die man machen konnte, war cool. Mit diesen Statuen, die die Shiny Wahrscheinlichkeit erhöhen. Oder die Spawnrate erhöhen und so weiter. Ach das war's, oder? Bim, bim, bim. Also der Hamesu Park ist halt cool gemacht. In Let's Go haben mir die Sebi Eilande und Safari gefehlt. Ist schon geil. Das ist krass, wie ein Remake von... Also feuerrot und blattgrün so viel mehr Content hatten. Und dann Let's Go war einfach nur... Kauft Pokémon GO! Oder ladet euch Pokémon GO runter. Und hier ist das most basic Pokémon Game, was wir jemals gemacht haben. Was damals quasi eine Alpha war. Äh... Und ihr könnt gegen wilde Pokémon nicht kämpfen. Was ist das für eine crazy Stadt hier? Sind wir in Tron? Giovanni. Dein Herausforderer? Ich bin untröstlich, aber der Rennerleiter ist nicht hier, sondern zu Hause. Mehr Infos, bitte. Das ist für eine krasse Cyber... Cyberstadt, warte. Ich will noch gegen die Trainer da draußen kämpfen. Ein bisschen leveln. Ein bisschen leveln. Meistergriff muss aufholen. Black White 2 fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Es ist halt kein Remake. Das ist eine Fortsetzung. Das Remake sind immer noch Usum. Auch das ist kein Remake. Das... Also ja. Ich weiß noch, wo Happens sich Let's Go gekauft hat. Vor einem Jahr oder sowas. Also viel, viel später als Let's Go rauskam. Und auf einmal schreibt mir Happens, wie man kann keinen Pro Controller benutzen bei Let's Go. So dumm. Wieso sollte ich... Wieso kann ich mit zwei Joysticks... Also Joy-Cons... Zwei Pokébälle werfen. Oder zusammen einwerfen. Aber ich kann nicht mit dem Pro Controller so machen. Weil der hat genauso Gyro wie... Wie ein Joy-Con. Das ist einfach nur... Das war einfach nur Piesacken. Die haben uns einfach nur gepiesackt damit. Die wollten, dass man einfach wie dumm... Die wollten einfach, dass man den Pokéball kauft und den Pokéball dauernd schmeißt. Und dann war wahrscheinlich das nächstbeste zu Pokéball, was man nicht kaufen muss, der Joy-Con. Aber dann bei irgendein Meeting hat irgendein Praktikant gesagt... Was ist mit dem Pro Controller? Das wäre doch schön. Und dann wurde der gefeuert sofort. Klar, der Pokéball Plus läuft. Super, 50 Euro. Aber... Hängt der da noch? Ne, der ist in irgendeiner Box von mir. Ähm, ich hab den ja. Und der war natürlich cool. Aber du kannst doch nicht... Den besten Controller, den es je gab. Einfach aus dem Spiel streichen. Wuchtschlag. Kräftiger Schlag, der das Ziel bei Erfolg verwirrt. Genauigkeit 50. Sag mal, lernen meine Pokémon jetzt gerade alle Genauigkeit 50 attacken? Ist ja genau wie Inferno. Was hab ich denn für... Stein, Hagel, Fuß, Kick, Enervi-Focus, Zermürben. Was war Zermürben? Stärke 70. Stein, Hagel war 75. Fuß Kick. Achso, Fuß Kick ist schwere vom Ziel. Deswegen ist es dauernd so schlecht. Ich brauche eine bessere Kampfattacke. Aber Wuchtschlag ist doch ein Witz. Ich kann doch nicht Wuchtschlag nehmen. Verzweifle ich ja. Nee, auch hier sag ich nein. Absolut selben, ich bin komplett blind reingegangen, ohne mich spoilern zu lassen und war extrem voll enttäuscht. Bei welchem... Fand Usum zur Zeit ganz geil, aber als es rauskam, war ich erstmal enttäuscht, weil ich dachte, es wird eine Fortsetzung wie Schwarz-Weiß 2. Ja, ne, dadurch, dass X und Y nix hatte, war dann Usum ja das nächste, was eine Fortsetzung hatte. Und man dachte sich, Schwarz-Weiß 2 hat Teil 2 gekriegt, also ist das jetzt der Standard. Und zack, bumm, war es natürlich kein Standard. Deswegen, ich bin einer von denen, viele wünschen sich ja das zurück, dass das so gemacht wird, immer noch. Dass jetzt zum Beispiel nicht Karmesin und Purpur ein DLC kriegt, sondern Karmesin und Purpur kommt nochmal raus und heißt dann... Karmesin und Pipi-Sin, 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 äh, keine Ahnung, Karmesin, Ul-Karm-Terra-Terra-Terra-Kotter-Terra-Karmesin und Terra-Hopur. Und ich habe mir immer gedacht, oh, hier ist ein Gladian-Tree. Und ich dachte mir immer so, nein, das ist doch dumm, dann müssen wir das ganze Spiel nochmal durchspielen, um zum Zusatzmaterial zu kommen. Und das war ja, glaube ich, bei Usum, man, die heute schon echt pisst, dass du das ganze Spiel normal quasi durchspielst und dann am Ende sind's eine Stunde neu. Aber jetzt beschweren sich die Leute, dass es DLCs gibt, die 30 Euro kosten. Ist doch besser ein DLC für 30 Euro zu kaufen, was das Spiel addiert, als nochmal ein Spiel für 60 Euro zu kaufen, wo du die ersten 80% nochmal spielst. Äh, warte, ich gucke, ich gucke auf meine versteckte Fähigkeitenliste und da ist nämlich Gladian-Tree nicht drauf, deswegen können wir Gladian-Tree hier fangen, jawoll. Zermürbes. Infrarot und Ultraviolett. Das wäre cool. Es würde keinen Sinn mit Kamesin und so machen, aber das wäre ein cooler Name, ja. Infrarot und Ultraviolett. Das wäre cool, ja. Auf Englisch würde es gehen. Was? Hä? Ich dachte, ich habe extra geguckt. Ich habe extra geguckt. Ist das schon wieder ein Trainer? Hä? Ich habe doch extra geguckt. Oh, es ist ein Trainer-Kampf. Jedes Mal. Was ist das beste VM-Sklave in jedem Spiel, in dem es VMs gibt? Ist bei jedem Spiel anders. Gen 1 war Enthoron. Gen 2 ist Zickzacks? Gen 3 ist Geradax? Ne, Gen 2 ist Geradax. Gen 3 ist... Was war Gen 3 VM-Sklave? Ah. Wie dieser? Ist Gen 4, ja. Aber Gen 3? Was war denn Gen 3 VM? Die habe ich nicht. Gen 3 ist Zickzacks. Hä? Was war dann Gen 2? Ach, äh... Ähm... Visenior. Die beiden, Visenior und Geradax, sind... sind sehr ähnliche Pokémon. Oh ja, Visenior. Hallo OG White. Hallo Ghost. Danke fürs Leo, danke fürs Wuffels. Hab dadurch wieder Usum ne Chance gegeben. Gerne. Ich würde gerne eine Wasserattacke machen. Ich denke Legends Z.A. wird geil. Also ich denke mit den Mega-Entwicklungen könnte das nice werden. Wir wissen noch nicht, was das Mega-Symbol bedeutet. Aber ja, höchstwahrscheinlich wird es Mega-Entwicklungen geben. Aber wir wissen nichts. Wir wissen nicht, ob es gut wird. Ich glaube, wenn es Legends Arceus treu bleibt vom System her, dann werde ich es lieben. Wenn sie jetzt einfach nur einen ähnlichen Namen hat und es wird ein ganz anderes Spiel, dann können wir es nicht wissen. Aber jetzt macht es auch nicht Turm-Kick. Ach, deswegen. Das einzige was wir wissen ist, es wird Leute geben, die sich irgendwas aufregen. Ja. Du spielst gerade zum ersten Mal Kristall. Geil. Was ein gutes Spiel Kristall ist. So ein gutes Spiel. Das war's schon. Sind da unten noch welche? Sollen wir mal gucken, was hier im Gras ist? Ich laufe übrigens so schnell wie ein Motorrad. Das ist aber kein Trainer-Kampf. Aber es ist ein Weibchen. Die wollen wir nicht. Voll gemein. Hallo Ferret. Weiß ich, gerade hat irgendwas im Hals gereizt. Hypno-Mor-Baham-Maschan. Hier geht kein Weibes-Volk. Also so brutal muss es jetzt nicht ausdrücken. Ich mein, wir machen hier nur Spaß. Wir sind hier ein, 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 ich mag Frauen. Oh, was ist hier? Häppchen. Es wird der Schniedeldex. Es wird nicht der Schniedeldex. Den Begriff hat Verux erfunden. Es wird nicht der Schniedeldex. Ein Schniedeldex ist was ganz anderes. Ein Schniedeldex ist eigentlich sogar unmöglich, würde ich sagen. Lady, du bist ein Krimanzo. Du hast das gesagt? Nein, die allererste Person, die das gesagt hat, ist Verux. Verux hat den Begriff Schniedeldex erfunden, nicht ich. Ich habe nur ein paar Mal schon, weil der Begriff lustig klingt, gesagt, dass wir den Schniedeldex machen, aber ich war nicht der Erfinder des Schniedeldexes. Was ist das? Was ist das? Ähm. Geheim. Aber heute ist wieder seltsam, wir müssen wieder auf einen normalen Kurs kommen. Ähm. Geheim. Im Sneebeldex. Warum ist Za... Warum ist ? Warum ist ? Zapler Rang... ? Zapler Kek langsamer als Picochila. Achso, das war vielleicht Scham. Nein, 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 nein. Es gibt so viele Wilde. Was wirst du heute essen? Nix. Oh mein Gott, zwei Deponitox? Ist Deponitox auf der Liste? Ich glaube schon. Deponitox ist auf der Liste. Route 9. Okay. Mach mal nicht. Luffa, du bist ein Welser. Weg hier. Das ist natürlich scheitert. Wir müssen heute einkaufen, deswegen wird nichts tolles gegessen. Wir können erst nachts oder halt abends 8 oder sowas einkaufen gehen und dann ist es zu spät, um noch groß was zu essen. Dann essen wir irgendwie so einen kleinen Snack bloß oder so. Ich verstehe gerade nichts, was hier passiert. Wechsel-Pokémon aus. Ach, ich muss sie jetzt händisch auf die Position bringen, weil es ein Doppelkampf ist. Krass. Du machst ja heute Kartoffelbrei mit Schlemmerfilet. Was ist denn Schlemmerfilet? Das ist so eine... Das klingt wie so eine Knorr-Soße. Oder ist das sowas? Kann man vor Doppelkämpfen? Doch. Ich will doch nur das Item. Oh mein Gott. Alle zwei Schritte. Hackbällchen Toskana. Ist aber ein weiter Weg für Hackbällchen. Fisch in Soße. Oh Gott. An Fisch darf ich nie wieder denken, dann wird mir sofort schlecht. Darf ich jetzt das Item? Was ist hier versteckt? Ich bin feucht hinter den Ohren. Sagt mal nicht grün. Feucht hinter den Ohren. Also wenn ich Gladiantris will, dann brauche ich meinen Schambolzen. Wir gehen weiter. Glaubst du, der hat es kurz gecheckt? Der hat so kurz gesagt, okay, warte, darfst du hier rein? Checkt also hinter meinem Ohr und sagt, nee, du bist noch zu feucht hinter den Ohren. Wenn du schon so schwitzt, nur um hier herzukommen, dann kommst du da drin erst recht nicht klar. Ich kann uns Doofes erzählen, was gestern passiert ist. Gestern liege ich im Bett. Es ist geschlagene 11 Uhr in der Früh. Also es ist so unfassbar früh einfach und die Tür klingelt. Und ich bin so, zum Glück, Rosa geht an die Tür. Dann höre ich nur unseren Vermieter. Und dann sagt unser Vermieter, dass er mir gerade eine SMS geschrieben ist, dass er mir gerade eine SMS geschrieben hat, dass er jetzt vorbeikommt. Und dann gucke ich gleichzeitig aufs Handy und sehe, dass er geschrieben hat, er ist in fünf Minuten da. Okay. Und dann sagt unser Vermieter, dass er die Wohnung verkaufen wird. Was in Irland bedeutet, dass wir rausgeschmissen werden. Weil, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland ist es nicht so. Ich glaube, klar in Deutschland kannst du auch jeden einfach kündigen. Aber in Irland ist das normal, dass man, wenn die Wohnung verkauft wird, davor die Mieter rausschmeißt. Dafür gibt es extra einen Wisch, den er uns in die Hand gedrückt hat dann, wo drauf steht, dass aufgrund von Verkauf die Wohnung, dass wir die Wohnung verlassen müssen. Ja, das ist aber human im Sinne von 180 Tage. Das heißt, es wird erst im September sein. Das ist zumindest okay. Aber ich kann euch versprechen, wir werden jetzt 180 Tage lang gestresst sein, weil ihr glaubt nicht. Und ja, ich weiß, viele in Deutschland haben auch die Probleme. Aber ich kann euch versprechen, ihr glaubt nicht, wie unfassbar schwer es ist, hier eine Wohnung zu finden, zu mieten. Erstens, weil niemand hier mietet. Das ist hier Wien, Amerika eine Kaufkultur. Also Leute kaufen hier Wohnungen, um da drin zu leben. Und wir wollen jetzt hier nicht unbedingt kaufen. Was sind das hier für krasse Häuser? Und deswegen erst mal eine zu finden, die man mieten kann, die nicht möbliert ist. Weil wenn die mieten, weil die keine Ahnung hier haben, wenn die vermieten, dann vermieten die nur möbliert. Und davon extrem wenige vermieten nicht möbliert. Und deswegen, du musst quasi nach einer möblierten Wohnung suchen, wo du dir denkst, okay, das, oder du musst sie dann fragen, dürfen wir das alles wegschmeißen, was hier drin ist. Wir zum Beispiel haben im Moment extra eine Storage Unit gemietet, die nochmal 600 Euro im Monat kostet. Ne, im Jahr, ne. Im Monat. Ne. Egal, 300 Euro im Monat? Egal. Wir haben extra eine Storage Unit hier gemietet, wo wir die Sachen drin haben, die in dieser Wohnung eigentlich drinstehen. Deswegen ist es so abnormal schwierig hier. Und dann ist der nächste Teil, das nächste Problem natürlich eine Wohnung zu finden, die man sich leisten möchte. wir haben hier mit diesen 2000 Euro im Monat haben wir extremes Glück zum Beispiel, weil die Wohnung, ich weiß, das klingt sacken viel und es ist auch sacken viel. 2000 Euro für 50 Quadratmeter ist abnormal viel, aber das ist hier günstig tatsächlich, weil die Wohnung ist nicht sehr hergerichtet, die Wohnung ist nicht sehr gut erhalten hier, die ist sehr kalt, die Wohnung. So, der könnte wahrscheinlich inzwischen mehr dafür verlangen, aber unser Vermieter ist sehr nett, muss ich sagen. Deswegen, das ist jetzt nicht super asoziell, von dem so läuft das System hier. Und das Nette ist, dass er uns 180, wobei er muss uns 180 Tage Zeit geben anscheinend. Er hat auch gesagt, was einfach super seltsam ist, er hat gesagt, er hat schon einen Käufer und da sind wir so, niemand war hier und hat sich die Wohnung angeschaut. Wie kannst du eine Wohnung verkaufen, die sich keiner anschaut? Deswegen, wir glauben, dass er eine Wohnung an jemanden, den er kennt, verkauft, so als gefallen oder sowas, weil wir können uns nicht vorstellen, dass, oder er lügt und er hat noch keinen. Es war niemand hier, der sich die Wohnung angeschaut hat. Und ich weiß, wollt ihr eine Wohnung kaufen, in der ihr nie drin wart? Ich weiß nicht, ist irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt 180 Tage Zeit, um eine neue Wohnung zu finden, in einem Land, in dem es schier unmöglich ist, eine Wohnung zu finden. Aber wir kriegen das hin und das wird, das ist nervig. Auf der anderen Seite, ich bin immer, ich mag Veränderung, weil Veränderung ist oft besser. In Berlin zahlst du 1000 Euro dafür, dass du im Hausflirmen Zelt schlafen darfst. Leicht übertrieben gesagt, ja. Danu, du bist ein Voltoball. Was machst du denn beruflich außer YouTube? Ich mache YouTube beruflich, das ist mein Hauptberuf. Ihr werdet es schaffen, ja. Oh, nice. Leichtstein? Ah ja, die haben Leuchtstein falsch geschrieben. Irgendwie auch damals so, war halt der Brief im Briefkasten, der wir verkaufen in der Familie. Genau. Also ich kann mir nur sowas vorstellen, weil ich würde ja, ich, 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 nach meiner Logik her, kann dem egal sein, ob wir in der Wohnung drinbleiben oder nicht, weil er verkauft sie. Nach meinem Verständnis, wie ich das in Deutschland mitgekriegt habe, ist es meistens so, dass wenn es einen Vermieterwechsel gibt, dann redet der neue Vermieter mit dem Mieter und dann wird halt ausgemacht, hey, du musst ausziehen, weil ich will die Wohnung selbst haben. Oder, du kannst, du bleibst drin, Mieterhöhung. oder hier ist der neue Vertrag. Aber, vorher rausgeschmissen zu werden, sodass der neue Vermieter sich gar nicht drum kümmern muss, ist seltsam. Aber das ist ja anscheinend normal so. Es gibt extra ein Formular, das müssen wir nicht immer unterschreiben, das ist nur ein Brief, wo das draufsteht, dass es so ist und das. Vier Seiten Legal Text, so. Ich laufe gerade ein bisschen ziellos rum, aber ich weiß, wo ich nicht will. Und, weil, dem kann ja, wenn es einfach nur ein neuer Vermieter ist, kann unserem jetzigen Vermieter ja egal sein, ob wir drin bleiben oder nicht. Der muss uns ja nicht kündigen. Der neue Vermieter muss uns dann kündigen oder halt einen neuen Vertrag geben. Deswegen bin ich so, so perplex, so, hä, warum will der, warum schmeißt der uns raus? Lass uns das einfach hier drin und der neue Vermieter soll uns dann, soll mit uns dann klären, ob wir hier drin bleiben oder nicht. Deswegen, deswegen, scheint es halt wirklich so zu sein, als ob das jemand ist, der hier wirklich auch drin leben möchte. Aber wir wissen es nicht, weil er sagt uns nicht, wer das ist. Er sagt uns nicht, keine Ahnung. Aber, 180 Tage ist eine gute Zeit und, aber es ist die Hölle hier. Es ist wirklich eine Unverschämtheit, was hier Mieten anbelangt. Weil es einfach so, sobald ein, sobald halt so unglaublich viele Leute Wohnungen brauchen, können sich die Vermieter alles leisten. Ich weiß, eine hat mal erzählt, eine hat mal erzählt, eine Arbeitsklägerin von der Rose hat mal erzählt, sie war bei einer Wohnungsbesichtigung und da lag buchstäblich Hundekot auf dem Balkon und sie hat sich den Balkon halt angeschaut, überall liegt Hundekot und und sie sagt dann so, das ist aber jetzt nicht so schön und sowas und der Maklerin quasi oder dem Vermieter ist das egal. Sagt sie halt, gefällt dir nicht, dann nehme ich halt den nächsten. Das ist, du kriegst da Wohnungen, die sowas von abnormal sind, was eigentlich gegen jedes Menschenrecht verstößt so ungefähr, weil irgendeiner will es nehmen von den tausenden von Leuten, die eine Wohnung brauchen. Das ist immer das Problem. Aber ich habe nicht so viel Stress, deswegen. Ich glaube, das geht schon. Jetzt streamt Lee unter der Brücke. Nee, im Van mit Starlink, Mann. Nix da. Van live mitten in der irischen Pampa mit Starlink. Besseres Internet als jetzt. 4K, Mann. Alles klar, dann viel Spaß beim Finden von jemandem, der den Code feiert. Nee, kann man ja wegmachen. Das ist halt nur, das war halt nur ein Beispiel, wie egal, das Vermieternis, ob es dir gefällt oder nicht. Es gibt sogar oft Wohnungen, die kannst du dir nicht mal anschauen. Zum Beispiel, wir haben unsere Wohnung gekriegt, bevor sie auf dem Markt war. Weil quasi die Maklerin jemanden kannte, der jemanden kannte, sodass die Wohnung, dass sie von der Wohnung wusste, bevor sie überhaupt irgendwie online zu finden war. Und deswegen haben wir die Wohnung hier gekriegt, weil wir so gut wie keine Konkurrenz hatten, weil niemand wusste, dass diese Wohnung überhaupt auf dem Markt ist. So läuft es hier. Du musst Leute kennen, die Leute kennen, dass Wohnungen verfügbar sind, die dann für dich ein Wort einlegen und sagen, hey, ich hab hier zwei, du musst erst gar kein Inserat machen, weil hier sind schon welche, die ich kennen. Somit hast du halt als Normalo null Chance. Und wir hatten nur den positiven Effekt halt, weil Rosa halt von ihrem Job hierher gebracht wurde. Das heißt, Makler, Umzugsservice wurde alles gestellt von ihrer Firma. Den Luxus haben wir jetzt nicht mehr. Wir müssen das jetzt alles selber machen. Wir haben niemanden, der das alles kostenlos übernimmt für uns. Und ohne diesen Bonus, hey, wie schaffst du das? Aber wir werden es rausfinden, wie man es schafft. Geht schon. Tanzverbot? War es echt? Tanzverbot streamt aus dem Van raus? In Deutschland gilt, Kauf bricht nicht Miete. Eigenbedarf muss heutzutage auch deutlich stärker nachgewiesen werden, weil viel Schmuh betrieben wurde. Ja, genau, ne? Habe ich nämlich auch so in Erinnerung, dass du kannst auch nicht einfach hergehen und sagen, hey, ich will jetzt die Wohnung selber benutzen. Du musst dann wirklich sagen, ich will sie benutzen, weil ich keine andere finde. Ich will sie benutzen, weil hier meine große Zukunft stattfindet und weil ich drei Kinder jetzt habe, die diesen Platz brauchen. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich will jetzt da leben und diese Dreiköpfige-Familie muss rausziehen. Aber hier kannst du jederzeit, ich meine zumindest 180 Tage, das ist schon mal eine ordentliche Zeit. Es ist jetzt nicht drei Monate, da hätten wir jetzt richtig Stress. Aber 180 Tage sind ja doch dann einiges mehr. Wie soll ich denn da... Okay, warte mal, da gehe ich so. Aber das da ist nix. Aber so, also hätte ich gerade da hochgekommen. Kann ich da jetzt nochmal? Ne, okay, ich muss nochmal hoch. gerade jetzt mit dem neuen Bart, habe ich das Gefühl, das hat er so bewusst gemacht. Ja, selbstverständlich, deswegen, wir haben ihn, äh, als der das neue Bad gemacht hat, haben wir danach gesagt, hey, bitte sag Bescheid, wenn du die Wohnung verkaufen willst, ähm, damit wir genug Zeit haben und sowas. Da hat er gesagt, ich habe im Moment nicht vor, die Wohnung zu verkaufen, aber ich werde euch früh genug Bescheid sagen, wenn es so ist. einen Monat später steht er vor der Tür. Deswegen, es ist, es ist alles okay. Also der ist wirklich ein netter und guter Mensch und so, er hat das alles so gemacht, wie man es machen muss. Tatsächlich gibt es hier nicht das Gesetz, aber anscheinend eine, eine Empfehlung, dass der Vermieter soll, aber das ist anscheinend kein Gesetz, sondern nur eine Empfehlung, soll, bevor er jemand anderen fragt, immer zuerst den Mieter fragen, ob er die Wohnung will. Das war in dem Fall nicht so. Das hat er nicht gemacht. Aber es ist auch kein Gesetz. Es ist eine Empfehlung, die quasi die, wie sagt man, Mieterkammer. Deutschland ist normal. Vorkaufsrecht, drei Monate. Aber was auch interessant ist, es gibt hier ein Gesetz, ich weiß nicht mehr in den genauen Tagen, aber er kann quasi sagen, wenn er, also das Gesetz sagt, wenn er die Wohnung verkauft, kann er den Mieter das sagen und die müssen nach 180 Tagen die Wohnung verlassen. So, das ist jetzt bei uns der Fall. Dann muss er innerhalb von, ich glaube es waren 90 Tage, er muss dann die Wohnung innerhalb von 90 Tagen verkaufen. Wenn er innerhalb von 90 Tagen die Wohnung nicht verkauft, muss er uns wieder einziehen lassen. Wo ich mir denke, what the fuck, schmeißt uns raus, damit wir drei Monate keine Wohnung haben, um dann wieder in die Wohnung rein zu dürfen. Wenn ich rausgehe, dann werde ich sicher nicht nach drei Monaten sagen, okay, dann komme ich halt wieder. Das ist nicht günstig, so umzuziehen. Aber anscheinend ist das gesetzlich geregelt, dass er kann uns rausschmeißen, aber wenn er dann nicht den Grund erfüllt, weswegen er uns rausschmeißt, muss er uns wieder reinlassen. Was cool ist, was logisch auch irgendwie ist. Aber in der Praxis, wer macht das denn? Immer, es kann sein, wenn unsere Wohnung dann extrem kacke ist, aber du glaubst nicht, dass er dann herkommt und sagt, hey, wollt ihr wieder? Ich habe gelesen, ich muss euch fragen. Wir würden es ja nie mitkriegen, ob die Wohnung verkauft wurde oder nicht. Ich meine, man kann nachforschen natürlich. Egal, seltsam. Hier ist sehr viel seltsam, was solche Gesetze anbelangt. Uns wurde im November wegen Eigenbedarf gekündigt. Es ist absolut kein Spaß, in Berlin was zu suchen. Ja, schrecklich. Zum Glück inzwischen in der neuen Wohnung, aber der Stress, wenn du raus musst, ist eklig. Und wie lange hattet ihr dann Zeit? Weil ich glaube, in Deutschland sind es immer drei Monate, oder? Aber es kommt darauf an, wie lange du da warst. vielleicht nach sechs Monaten oder dann sind es sechs, sechs Monate vielleicht, wenn du fünf Jahre drin lebst schon oder so. Ich überlege, ob ich dich abonniere. Bitte nicht. Bitte nicht. Also ein Kollege vor mir hat drei Jahre in der Wohnung gewohnt und dann kam es genau zu dem Fall. Rosa muss in die Stadtmitte und sie will auch ins Büro, weil sie mag es nicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Zur Zeit muss sie von zu Hause aus arbeiten, weil das Büro umgebaut wird. Das ist die Sache. Weiter draußen ist es halt natürlich nicht so teuer und man findet auch eher was, weil die ganzen Tech-Leute wollen halt natürlich in der Stadt eine Wohnung haben. Aber es ist halt schier unmöglich, sich das leisten zu können. Da reden wir dann wirklich von im Monat 3.000, 4.000 Euro für 50, 60 Quadratmeter. Das ist halt abnormal. Kann es halt nicht bringen. Deswegen, wir werden auf jeden Fall weiter draußen suchen. Aber es muss halt dann wenigstens gut angebunden sein für sie, dass sie einfach in der U-Bahn, U-Bahn gibt es hier nicht, dass sie wenigstens einfach in der S-Bahn steigen kann und dann und dann wenigstens einfach durchfahren kann oder sowas. Ist echt teuer. Es ist schweineteuer. Aber die ganze Welt wird teurer. Ich, ich, ich könnte in der größten Pampa leben. Mir ist es egal. Ich brauche nur starkes Internet. Ich brauche normales Internet. Stabiles Internet wollen wir es nennen. Ich brauche nur stabiles Internet. Ist auch cool, aber wenn man sich überlegt, hey, wir können, wollen eine neue Wohnung suchen, wo es vielleicht noch einen Raum mehr ist, wo Rosa dann ihr eigenes Büro hat. Wir haben dann vielleicht einen kleinen Vorgarten, wo man dann tatsächlich sich mal einen Hund holen könnte. Weißt du so, deswegen, ich sehe da positive Sachen. So, Veränderung heißt Verbesserung. Ist ja die Frage, ob es hauptsächlich Verbesserung oder Verschlechterung ist. Warum ist hier mein Zapplerleck jetzt an erster Stelle? Wer ist draufgegangen? Bei dem Preis kann man sich schon fast ein Haus investieren. Ja, nur hier, wenn du ein Haus willst, musst du auch die Millionen auf den Tisch legen. Es waren sechs Monate, aber nur, weil wir das Vertrag nicht vereinbart hatten, sonst wären es drei Monate gewesen. Hatte damals so ein Gefühl zum Glück. Nice. Von vornherein hast du gesagt, nope. Wenn du uns rausmachst, sechs Monate. Ja, und ich habe das Gefühl, sechs Monate ist machbar. Auch drei Monate sind machbar, aber man will ja was Schönes finden. In drei Monaten hätte ich das Gefühl, wir nehmen das Beste, also das, was am ehesten kommt und nicht das Beste. Bei sechs Monaten denke ich mir, haben wir Zeit, uns was Schönes zu suchen. Aber ich denke mir auch, bei sechs Monaten, wer will denn jemanden haben, der erst in sechs Monaten einziehen kann? Weil hier ist es so, äh, schau dir die Wohnung an, sag dort, ob du sie willst und wenn ja, kannst du morgen einziehen. Weil es hier so ein krasser Wechsel ist mit der Tech-Branche, dass Leute Wohnungen suchen, weil sie hier einen Job finden. Und dauernd neu, 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 neu. Und deswegen sind die auch möbliert, die, die Wohnungen hier, weil einfach Leute hierher reisen, hier wohnen und dann nach einem Jahr wieder wegreisen, weil sie einen anderen Job woanders haben. Tech, Tech-Industrie halt. Und deswegen, wenn hier Wohnungen angeboten werden, angeboten werden zur Miete, dann ist das so von wegen, du ziehst in einer Woche ein. Deswegen, das weiß ich auch noch nicht, wie das gehen soll, dass wir sagen, ja, aber, ähm, wir würden erst in 180 Tagen einziehen. Weil wir können auch nicht früher raus. Also wir können jetzt nicht so Reverse-Karte drauflegen und sagen, haha, aber wir ziehen morgen aus. Hehe, das geht auch nicht. Wir haben gegen unseren, gegenüber unserem Vermieter auch die Pflicht, äh, ich glaube 120 Tage. Also wir können 120, wir können kündigen, die Wohnung und dann müssen wir, dann müssen wir aber 120 Tage noch hier leben. Also Miete zahlen. Und das ist, ja, das macht dann auch keinen Unterschied, weil so lange werden wir jetzt, die 60 Tage werden wir sicher brauchen um irgendwas. Egal, Leute, es ist einfach blöd, aber wir finden einen Weg. Als ich raus musste, muss, habe ich mir dann auch eine Wohnung gekauft, auch Glück gehabt eben. Nice. Muss ich hier lernen? Kann ich nicht lernen. Nice, Don Terrific. Ja, wir finden auch was Schönes, wir finden auch was Besseres. Und dann wird hier der ganze Raum größer sein und besser aussehen. Geld für Miete zu verbrennen und dann im Alter nichts zu haben, sehe ich nicht mehr ein. Ja, ja, ja. Kauft, Leute, kauft. Oh, ein Schadrago. Ich muss mal mein erstes Pokémon wechseln. Wann ist denn bei dir soweit? Was denn? Umziehen? Wir haben das gestern erfahren, dass wir ausziehen müssen. Wir haben jetzt noch nicht angefangen zu gucken. Ich glaube, wir können jetzt noch gar nicht gucken, weil alles, was wir finden, da werden die sagen, wie, in 180 Tagen erst? Nein, ich will, dass jemand morgen einzieht. Ich glaube, es lohnt sich noch gar nicht jetzt groß anzufangen zu suchen. Wir sammeln jetzt Informationen, gucken vielleicht, ob wir einen Makler brauchen. Man muss ja sogar, wenn man sich für Wohnungen hier bewirbt, das gibt es ja in Deutschland glaube ich auch bei krassen Sachen, wir müssen eine Bewerbungsmappe schreiben. Also richtig, halt, wo wir uns vorstellen und sagen, warum wir sie wollen. Da ist zum Beispiel eine gute Sache, klingt super komisch, aber wir werden dahin schreiben, ein deutsches Pärchen. Pärchen, wichtig, weil Single-Mann macht Wohnungen kaputt, weil er ein Dreckschwein ist und Deutsch ist gut, weil wir bekannt dafür sind, dass wir ordentlich sind und effizient sind und, ja, halt bezahlen zum richtigen Zeitpunkt, ne, korrekt. Deswegen, wir haben schon einen Vorteil dadurch zum Beispiel. Wie heiß ist ein Kreis? Alter Komet, was los? Was? Wie heiß ist ein Kreis? 2 Pi R Quadrat. Das ist es halt, keiner nimmt dich in vier oder halt sogar sechs Monaten, ergo mussten wir dann hoffen, dass wir früher raus dürfen. Das hat zum Glück geklappt, weil der Dude hier rein wollte. Ne, unser hat schon gesagt, hier ist das Schreiben zur Sicherung für euch und für mich. Im Sinne von, er gibt es uns auch zur Sicherheit, dass wir noch so lange drin bleiben. Aber wir müssen gucken, vielleicht finden wir etwas und dann sagen wir, hey, 120, Reverse Card, hier, vier ziehen oder 60 Tage weniger ziehen. Ich muss hier raus. Ich bin am Verrecken. Wie heiß ist ein Kreis? 360 Grad. Oh Gott. Raus. Raus. Das ist der dümmste Witz, den ich jemals gehört habe. Wie heiß ist ein Kreis? 360 Grad. Nein. Muss ich alles nochmal neu machen, wenn ich jetzt rausgehe? Ja, ne. Den schaffen wir noch. Momentan ist man ja leider eh wieder in der Phase, wo kaufen eher wieder unattraktiv wird, weil steigender Zins sind weiterhin hohe Preise. Ja und irgendwann, wir haben vielleicht alle Big Short gesehen, wenn nicht, schaut euch Big Short an. Großartiger Film. Irgendwann muss, logisch gesehen, wieder eine Bubble platzen. Es kann nicht unendlich lang alles teurer und krasser werden. Irgendwann muss eine Bubble einfach platzen. Das ist nur die Frage, ob morgen oder in 10 Jahren. Ah, ich bin kein Immobilien-Guru. Keine Ahnung. Okay, Zappler-Legg, du schaffst das. Deutschland... Deutsch sein ist im Ausland immer verbunden mit hohem Ansehen. Hab so in Singapur immer große Vorteile so gehabt. Ja, ja, ja. Ich glaube, nicht überall hat man Vorteile, deutsch zu sein, aber wir haben halt den Ruf, ordentlich zu sein und korrekt zu sein. Oh, Rio, dankeschön, dass du ein Abo geschenkt hast. Dankeschön. Und warum habe ich Peony vor einer Stunde übersehen, als er 38 Monate abonniert hat? Vielleicht, weil er mich dann direkt wieder mit einem Glatzkopf verglichen hat. Ne, ich hatte es übersehen. Peony! Dankeschön. Hab ich TomTom? Ich glaube, ich habe TomTom gedankt. Ne, kann nicht sein, weil ich Trogmo nicht gedankt habe. What the fuck? Warum merke ich das nicht mehr? Ich bin so vertieft in meinen Gen 5 Runs. Trogmo, dankeschön für den Prime. TomTom, dankeschön für vier Monate. Peony für 38 Monate. Und Rio, dankeschön, dass du dein Sub geschenkt hast. Okay, jetzt muss ich euch noch eine Sache fragen und ihr müsst ehrlich sein. Ich bin allgemein ein sehr ängstlicher Mensch. So, ich gehe nicht gern nachts raus, obwohl ich groß und relativ stark bin und sowas. Ich habe einfach null Bock auf Konfrontation mit irgendwas. Und das kommt schon manchmal vor, dass man blöd angeredet wird, wenn die merken, dass man nicht irisch ist zum Beispiel, weil die hören, dass du Deutsch redest, sagen sie gleich, ja, scheiß Deutsche. Das ist ein, zweimal vorgekommen und sowas. Aber es ist dann nur ein dummes Kommentar. Aber trotzdem, ich bin einfach ein ängstlicher Mensch. Das weiß ich auch und würde ich auch gerne an mir ändern, aber es ist schwierig. Auf jeden Fall. Habe ich, haben wir, als wir zurückgekommen sind, jetzt sage ich gleich Danke. Dankeschön für 700 Bits. Lololo. Dankeschön. Hallo Dito. Dankeschön, Lololo. Das war Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Dankeschön. Auf jeden Fall sind wir von unserem Urlaub in Köln und Berlin zurückgekommen. Und wir sind jetzt erst mal in unser Auto gestiegen, was da seit einer Woche stand. Und ich fahre weg und Rosa sagt, warte, 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 da liegt was. Und dann lag unter unserem Auto ein Küchenmesser, so groß. Ein Küchenmesser unter unserem Auto. Aber ich habe mich sofort daran erinnert, dass das schon mal so war, vor drei Jahren oder sowas. Auch vor drei Jahren mal bin ich von unserem Parkplatz rausgefahren und auf einmal lag da ein Küchenmesser unterm Auto. Und ich denke mir halt, ist das ein Zeichen? Ist das so ein Zeichen von wegen Verschwind aus unserer Nachbarschaft oder sowas? Weil ich gehe dann die Szenarien durch. Okay. Nehmen wir an, jemand bringt Sperrmüll raus zu seinem Auto. Und da sind Messer drin dabei, die stumpf sind oder was auch immer. Und irgendwie muss man ja die Messer, du kannst ja Messer nicht einfach in Müll schmeißen und musst sie auf den Sperrmüll bringen. Und dann kommt da jemand und mit einer Kiste voll mit Metallmüll, darunter auch Messer, stolpert? Stolpert? Alles fällt hin, ein Messer rutscht unter ein Auto, alles andere wird eingesammelt und man geht weiter? Passiert sowas? Warum liegt zweimal, ich meine zum Glück in riesigen Abständen, warum liegt unter meinem Auto zweimal ein riesiges Küchenmesser? Ich meine, unser Keller ist voll mit, also unser Garage Schrägstrich Keller ist voll mit Müll. Wirklich voll mit Müll. Die Leute, ey, ich habe es noch nie erlebt, wie dreckig und eklig eine Garage, einen Müll, wie nennt man das denn? Da, wo halt auch die riesigen Müllcontainer stehen. Die Leute bringen da einfach ihr Bett runter und legen das da hin, was die Müllabfuhr nicht mitnimmt natürlich, aber die tun es trotzdem hin. Da stehen oft manchmal einfach Betten unten, Matratzen und eben auch Küchen, Mikrowellen, was nicht alles. Das heißt, es kann schon sein, dass jemand einfach sein Sperrmüll da unten hingestellt hat. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass zweimal in vier Jahren oder drei Jahren jemand aus Versehen ein Küchenmesser unter mein Auto fallen lässt? Erklärt mir das? Ich sofort gegoogelt, äh, Dublin, Knife Under Car Symbol Sign oder sowas. Nix natürlich, nix. Ähm, wir haben es dann weg und da eben zu dieser riesigen, zu dieser Sperrmüll-Ecke hingelegt auch. Natürlich nicht angefasst, sondern mit einem, mit einem Tempo quasi angefasst. Nicht, dass irgendwas komisch ist. Ähm, aber erklärt mir das. Wärt ihr auch? Also Rosa ist da so für mich, naja, egal. Aber ich mach mir da so Gedanken, so, ist das irgendwas? Will einer mich abfacken? Will einer mir Angst machen? Mich nerven? Warum sollte ein Küchenmesser unter meinem Auto landen? Ich, ich würde gern, ich glaub, wenn es ein drittes Mal passiert, weil das sind Überwachungskameras, wenn es ein drittes Mal passiert, frage ich die Verwaltung, ob sie bitte nachschauen können oder mir die Bänder geben können. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wird es nur 24 Stunden gespeichert. Ob sie nachschauen können, ob man sieht, ob das jemand hingelegt hat oder zufällig drunter gerutscht ist. Aber wie soll sowas zufällig unter ein Auto rutschen? Naja. Das ist seltsam, oder? Kochmafia. Bin da wie du. Dann müssen wir mal die Otts von ausrechnen. Küchenmesservertreter. Es war kein Schöner, es war roter Griff und es war halt so ein Küchenmesser. Ich hätte es nicht gewundert, wäre es in der Gegend, wo dein Kollege wohnt, passiert wäre. Übrigens, das habe ich dir nie erzählt. Ich habe meinem Kumpel dann gesagt, hey, der hat gesagt, es ist eine schlechte Gegend und dann hat er gesagt, wir gehen jetzt mal spazieren. Und dann sind wir spazieren gegangen und es war alles super schön da. Die Gegend war super schön und er war richtig persönlich angegriffen davon, dass Leute denken, dass seine Gegend eine schlechte Gegend ist. Weil das anscheinend nicht so ist. Bürde macht Schaden, ne? Ich glaube, ich sterbe. Oh ja. Oh je, roter Griff. Hör auf, hör auf. Klingt sehr weird. Da würde ich auch skeptisch werden. Vielleicht hatte man den Stecken, Polizei kam und halt weggeworfen wegen Polizeikontrolle. Das ist in einer abgeschlossenen Garage. Da kommt nicht, da ist nicht jeder. Das ist nicht an der offenen Straße oder sowas. Da können genau genommen nur Leute rein, die hier wohnen. Das ist hier komplett alles mit Passwort und Telefonnummer, alles geschützt. Du kommst hier nicht rein. Natürlich kommst du rein, wenn du einfach über den Zaun springst. Natürlich kommst du rein. Das Messer war auch nicht dreckig oder sowas. Das war einfach ein Messer. Roter Griff, dann weiß ich genau, es war ein Schweizer Messer. 30 cm Schweizer Taschenmesser. Ne, ich habe ewig, mir fällt keine logische Erklärung ein, wie ein Messer unter einem Auto landen kann. Außer halt wirklich, jemand bringt Sperrmüll weg und das alles fällt runter und das eine Messer schwuppdiwupp unter das Auto und du kriegst es vielleicht auch mit und du willst halt nicht unter das Auto klettern. Weil du müsstest ja unter, du kannst ja, du müsstest unter das Auto klettern und das Auto, es war wirklich komplett drunter. Das ist auch etwas, das weiß ich nicht, weil ich habe es da ja nicht liegen sehen, sondern rosa. Wie tief war es unterm Auto? Wobei du kannst es absichtlich tief reinschubsen. Man kann es ja reinschlittern. Egal. Schau mal schauen, ob dein Auto magnetisch geladen ist. Hä? Wie koni talk? Wie, wie koni, wie kotinox, Sackmesser? Wie kotinox, Sackmesser. Ich kenne mich nicht genug aus mit Schweizer Messern. Ja, wenn mich jemand abfacken will, dann würde das glaube ich häufiger passieren oder irgendwelche andere Sachen häufiger passieren. Deswegen, es ist nix. Es ist natürlich nix, vor allem jeder mag uns hier, beziehungsweise wir haben keinen Kontakt zu Nachbarn, außer ein Paar und die sind super nett und helfen uns auch und gießen unsere Blumen während wir wechseln und so. Ah, jetzt bin ich falsch. Oh mein Gott, ich mache den gleichen Fehler wie gerade. Vielleicht hat ein Kind da mitgespielt. Das stimmt, hier sind Kinder, ja, die auch sehr nervig sind und die ich nicht mag. Hier sind Kinder, vielleicht hat ein Kind da mitgespielt und wollte das dann nicht und hat es schnell da weggeworfen und sowas. Es gibt schon Erklärungen, aber ihr müsst, ihr müsst eingestehen, es ist fucking seltsam. Ja, frag dich mal, wieso du zum Rest keinen Kontakt hast. Ja, kack ihren halt. Was glaubst du, wie lange Shiny Manafi bei dir dauern wird? Zwischen einer Woche und sechs Jahren? Ein Reset dauert 30 Minuten, das dauert ewig. Wir hatten doch gestern mal ausgerechnet, wie viel, wie viele Stunden es dauern würde, wenn ein Reset vier Manafi in 30 Minuten wie lange dauert es bis ich 8000 in der Hand habe. Verdammt lang. 700 Stunden waren es oder so? Ja. Ja, 700 Stunden im Schnitt. Krieg ich eigentlich an dem vorbei? Irgendwas mit 21 Tagen. Wenn ich mir für irgendeine Shiny Hand viel Glück wünsche, dann für Mamafi. Und hey, Just Nox, hallo. Hat Komete ausgerechnet? Okay, also sollten wir es nochmal ausrechnen. Victor Enox, Victor Enox. Sobald der erste Pferdekopf unter dem Auto auftaucht, würde ich mir Gedanken machen. Retro, oh nein, aber geht's der Katze? Okay. wie weit ist das Fußkick, umso schwerer das Ziel oder umso größer der Unterschied zwischen uns beiden? schwerer. Schwerer. Umso schwerer das Ziel, Caprono nicht so schwer. Der ist nur Drache. aber der sollte schwerer sein. Oh. Der Hut. Habe ich eigentlich irgendwas gegen Drache? Nein. Ich habe kein Fee. Ich habe kein Eis, ich habe kein Drache. Ich habe nichts gegen Drachen. Krass. Aber bestimmt ist einer von den Top 4... Moment, nee, der hier ist Drache. Jetzt checke ich erst. Der Arenaleiter hier ist Drache. Hey. Ein bisschen nach Irland gezogen. Ja, ich sammle gute Messer hier in Irland. Und zum Glück werden mir ständig welche unter das Auto gelegt. Nee. Meine Partnerin hat hier einen super Job gekriegt. Also sind wir nach Irland gezogen. Fertig. Das Dame-Ding hat den miesesten Trip. Ich hatte schon ein paar Mal den Propofol-Trip und es ist wunderschön. Aber ich bin auch schon mal von der Portion aufgewacht und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Wegen dem... Wegen der Anästhesie. Dann hatte ich eine Lungenentzündung. Ich habe nichts gegen Drachen. Oh mein Gott. Wasser, ja. Messersammler aber Victoinox nicht kennen. Victonitox? Victini heißt es. Welches Spiel findest du besser? Strahlener, Diamant oder Schwert? Schwert. Hundertmal Schwert. Nette Nachbarschaft, ne? Nein, das ist echt eine nette Nachbarschaft. Warum sind die so schwer? Kann es sein, dass Drachen einfach stark sind? Mann. Aber ja, Surfer ist Wasser. Wasser, Pflanze und Feuer sind nicht gut gegen Drachen, ne? Oh. Wieso? Weil Strahlener-Diamanten scheiße ist. Und Elektro. Ja, die vier Hauptdinger halt. Warum? Weil ich das sage und mein Wort ist Gesetz. Hä? Wo sind wir denn? Warum? Weil BDSP eine hässliche Grafik hat. Eine schreckliche Steuerung. Sie haben Bugs drin gelassen, die eigentlich seit einem Jahrzehnt schon gefixt wurden. Sie haben Diamant und Perle geremakt und nicht Platin, was so viel besser gewesen wäre. War Quatsch. Was ist dein Lieblingsspiel? Majora's Mask. Die Frau, die sich damals auf der Terrasse angesehen hat, fand ich auch echt komisch. Das war nicht komisch, das war eher ein bisschen traurig. Muss schon eine von den Nachbarn von uns, die auf der anderen Seite wohnen. Also über, über, quasi über, also gegenüber. Die sind aus Indien. Und wahrscheinlich sind, so wie halt wir auch, sind es einfach Zugereiste, die irgendwie in der Tech-Branche arbeiten. Und wir haben die jetzt lange nicht mehr gesehen. Das heißt, ich glaube, die war einfach für einen Monat oder so zu Besuch. Das war halt deren Mutter. Das war halt deren Mutter. Und die besucht dann ihre Kinder in Irland alleine. Und, 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 und dann, dann die Kinder sind tagsüber am Arbeiten. Ey, Licht. Die Kinder sind tagsüber am Arbeiten und dann ist sie da in dieser Wohnung, komplett alleine, hat niemanden, versteht kein Wort im Fernsehen, nix. Und dann läuft sie halt rum und dann hat sie auf unserer Terrasse die schönen Blumen gesehen, ist halt zu unserer Terrasse gekommen und hat sich die Blumen angeschaut. Was halt aus unserer Perspektive halt auch seltsam ist, wenn auch einfach jemand Fremdes auf deine Terrasse geht. Wirklich einfach auf die Terrasse und einfach vor deinen Blumen steht und sie anschaut, so. Dann sind wir rausgegangen und dann hat sie halt null Englisch, wirklich mit Händen und Füßen halt. Sie hat dann, ähm, wo kam sie her? Jakarta. Jakarta ist, glaube ich, eine Stadt. War es Jaipur? Ich verwechsel das gerade mit den Städten, in denen ich war, weil wir waren in Jaipur. Auf jeden Fall, wir waren nicht in der Stadt, von der sie hat in irgendeiner Stadt gesagt und dann haben wir sofort gemerkt, Jakarta ist Indonesien. Ne, das war nicht Jakarta dann. Auf jeden Fall ist sie in eine indische Stadt gesagt und, aber mehr hat sie auch nicht gesagt und dann haben wir sie einfach da rumlaufen lassen und, genau, der Deutsche hätte sofort die Polizei gerufen. Ich meine, die ist immer mal wieder dann in der Zeit da draußen rumgewandert, einfach voll langweilig wahrscheinlich, weil was machst du denn? Verstehst nix? Aber wir konnten halt auch nichts mit der uns unterhalten, also wir haben halt kein Wort mit ihr reden können. Also gehe ich jetzt im Kreis? Muss ich hier im Kreis gehen? Gott, wie lang ist diese Arena? Es ist ja so, als ob es die letzte wäre. Jaipur wäre Indien, ja, aber ich glaube, ich war in Jaipur. Ich war auf jeden Fall nicht in der Stadt, die sie gesagt hat. So. Ne, muss ich wieder hoch? Ich glaube, ich muss wieder hoch. Fuck. Ne, es ist falsch. Oder kann ich hier? Hier dachte ich, jetzt kann ich jetzt runter. Warum sollte ich hier überhaupt runter können? Da kann gar nichts sein, an der Stelle. Hä, warum ist hier ein Punkt? Warst du mal in der Türkei? Ja, aber als Jugendlicher, als Ewiger, als Kind quasi. Wie lange dauert es so ein Schwert, ein Shiny-Lego zu fangen? Ein Shiny-Leggie? Ihr fragt immer nach der Zeit, aber es gibt keine Zeit. Es hat alles mit Glück und Pech zu tun. Ihr könnt in 5 Minuten Shiny finden, aber auch in 500 Stunden erst. Schwert und Schild ist auf jeden Fall sehr einfach zu Shiny-Breeden. Und 100, 1 zu 100 sind Shiny-Leggies. Ich glaube, wenn man in Zelda genauso Viecher sammeln könnte wie hier, würdest du dann den Decks voll machen? Ich habe Zelda-Spiele alle auf 100% gemacht. Nur Tears of the Kingdom bisher noch nicht. Ich habe sogar Breath of the Wild auf 1000% gemacht. Ich mache immer Spiele auf 100%, wenn ich sie spiele. Ich weiß nicht, wohin. Das ist falsch. Ne, das ist richtig. Das sieht richtig aus. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ey, okay. Ich bin mittlerweile bei 50 Stunden Ho-Oh bei 1 zu 100. Pures Pech. Krass, ja. Ja, es gibt so, wenn man Pech hat, dann hat man Pech. Stört mich aber nicht, Teil des Spiels. Das ist mal eine gute Einstellung. Vier Monate sind zu lang, Olo-Port. Hast du das gehört? Was fällt dir ein, vier Monate zu sagen? Vier Monate ist zu lang, um nach dem Shining zu suchen. Das kann gar nicht sein. Das ist mathematisch unmöglich, so lang zu suchen. Shadrago. Ich tue mir echt schwer hier. Ich habe kein Pokémon, was gut gegen Drachen ist. Keine Attacke. Außer, dass der Drache hat noch einen Typen. Aber bisher war jeder Drache nur ein Drache. Wobei das eine ist... Ich habe echt nur so die Grundattacken. Ich weiß gar nicht, was ich einsetzen soll. Schlecht Bürde? Oh Gott, Shakata. Äh, Shadrago. Grenzer ist keine... Ne, ist keine Attacke. Wie sieht Bürde aus bei dir? Okay. Natürlich. Natürlich. Ich gehe in eine Drachenarene, ohne was Gutes zu haben. Das stimmt, ja. Trotzdem gewinne ich. Denn Pokémon ist so einfach. Erst ehrlich, dann Bürde. Er wurde auch so verbrannt. Warum? Was soll ich denn deiner Meinung nach jetzt tun? Sag mir, was ich tun soll, Rubin. Fee, Eis oder Drache mitnehmen? Nice. Jetzt kann ich dich wenigstens verarschen, dass du Fee gesagt hast. Fee ist nicht gut gegen Drache. Das ist Schmarrn. Fee ist nicht gut gegen Drache. Weißt du warum? Und tschüss. Warum, warum, warum? Weil wir Gen 5 spielen. Hier gibt es noch keine Fee. In Gen 4 habe ich die ganze Zeit daran gedacht, dass ich eine Fee brauche. Oder ich habe bei Taugekiss gedacht, hey, das ist doch eine Fee und so. Ey, bis ich akzeptiert habe oder mich erinnern konnte oder halt in meinem Brain festgesetzt hat endlich, dass es keine Fee gibt. Hat so lange gedauert. Aber inzwischen habe ich es akzeptiert. Neben Eis und Drache. Hab keine Eis und Drache. Was mache ich jetzt? Bitte Anleitung, was ich jetzt machen soll, wenn ich kein Eis und kein Drache habe. Hey, er ist dumm, er ist dumm. Mehltank. Soll ich mir einen Mehltank holen? Hallo Foxy. Dein Video von heute hat echt Schmerz ausgelöst. Da war Mitleiden angesagt. Du meinst das Deoxys Video. Ah. Ich habe heute auch ein anderes Video rausgebracht. Ein 8 Minuten Video über den Pokerus. Aber ja, das Deoxys ist nicht so schlimm. Einfach weitermachen. Okay. Wolltreppe. Komm, mach nochmal. Sei nochmal dumm. Er ist nochmal dumm. Er ist nochmal dumm. Die Chance, es zu verbreiten, ist 1 zu 3 nach jedem Kampf. Ich gebe dann mal eben all meine Gen 4 Shinies, die noch nicht infiziert sind, die Wind poppen. Ich meine, ja, mach das. Aber warum? Einfach damit die das Symbol haben? Oder weil du sie tatsächlich EV trainieren willst? Chimmy im Keller. Ich konnte nicht mehr. Nice. Pokerus im dunklen, keuchten Keller gezüchtet. Nice. Okay, das freut mich, dass es euch gefällt. Ich dachte, die Analogien sind zu weit hergeholt. Immer noch ein Kampf. Wie viele Kämpfe sind das hier? Knallhart. Nur wegen dem Symbol. Na dann kannst du es sehr schnell machen. Moment, ich bin falsch rumgelaufen. Was? Ne. Hä? Das kann nicht sein. Ich muss doch jetzt am Ende sein. Hier habe ich schon mal gegen die gekämpft. Dann hier. Und da. Hä? Okay, also muss ich da lang? Hier muss ich lang. Jetzt geht der Dragenkopf. Ah. Ich will nicht jetzt. Oh Gott. Weißt du? Ich wünschte mir. Ich könnte jetzt hier. Ich kann jetzt hier zurückgehen. Aber dieses Ding soll auch aktiviert sein, dass ich hier wieder hochkomme. Aber ich komme da nicht wieder hoch, oder? Aber ich muss mich heilen gehen. Ich will nicht meine ganzen Items benutzen, um mich jetzt zu heilen. Ne. Dann gehe ich halt den Weg nochmal. Keine Chance gegen den. Aber vielleicht geht der jetzt der... Natürlich geht der nicht. Natürlich geht der nicht. Oh mein Gott. So unfair. So unfair. Das wäre Quality of Life. Du hast einmal das Rätsel gelöst. Und dann muss ich es nicht nochmal lösen? Aber gut. Wir müssen nochmal da durch. Okay. Okay. Komische Stadt. Wie viel kostet es schwer? DLCs? 39 Euro. Ich dachte, das verbreiten wäre zeitaufwendiger. Ne. Sobald du einmal ein Pokerus auf irgendeinem Pokémon hast und er bleibt frisch, kannst du jedes Pokémon instant anstecken. Wieso sagt mir YouTube? Das ist interessant, weil beim Deoxys Video sage ich quasi... Das ist ja ein Short. Man konsumiert ja Shorts anders als YouTube Videos. Wenn du Shorts konsumierst, kriegst du natürlich mein neues Video nicht gezeigt. Aber ja, die Shorts erscheinen nicht im Abo-Feed. Das ist eher lustig, dass du das Short von mir vorgeschlagen kriegst. Und das andere nicht. Das ist seltsam, ja. Okay, jetzt schnell hier durch. Es ist ja eigentlich relativ geradlinig, wie man hier durchgeht. Wenn man nicht doof ist, hier, zack, runter und dann hoch. Hallo, hallo Maori. Wie lange hast du für Gen 3 gebraucht? Ist ja, glaube ich, der schwerste Pokédex mit sechs verschiedenen Games. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ist immer schwer zu sagen, weil ich so viele Projekte halt gleichzeitig mache. In den Videos von den Dexen sage ich meistens, wie lange ich zumindest, wie viel Videomaterial ich habe. Also Gameplay-Material habe ich so sicher so 100 Stunden dann immer nach so einer Gen. Was geht. Was geht. Hier, aber da komme ich nicht runter, sondern ich muss hier lang. Maori, du bist ein Schanera. Scheinlich sind seltener geworden, würde ich sagen, oder? Aber ich habe an der Zahl nichts geändert. Shiny-Zettel sind seltener. Und insgesamt Schwert. Wie viel kostet Schwert? 60 Euro. Kann ich hier lang? Nein. Ne, nach jedem Kampf wird der Progross zu 1 zu 3 weitergegeben. Hier. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wo lang. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann bin ich da unten. Dann bin ich da. Hier nochmal. Ich muss, ich muss irgendwie da rüberkommen. Ich muss irgendwie da rüberkommen. Hä, das habe ich doch gemacht, warum, wenn ich dann, okay, keine Ahnung. Eigentlich ist es logisch, was man machen muss. Vielleicht muss man den Weg zweimal gehen. Das macht keinen Sinn, dass ihr die Shorts vorgeschlagen bekommt, weil ich sage, dass sie nicht vorgeschlagen werden. Wenn, dann werden euch die Shorts vorgeschlagen im Shorts-Feed und dann ist das random, weil ihr Pokémon-Content konsumiert. Es kann nicht sein, dass euch meine Shorts vorgeschlagen werden im normalen YouTube-Bild. Wenn ja, dann sagt mir das, dann beschwere ich mich bei YouTube. Gut, dass ich mich vorbereitet habe. Äh. Ah, das ist der mit diesem Gebiss-Bart. Jetzt erkenne ich den erst. Ah ne, Rabigato ist okay. So, ich würde sagen, Schaufler ist blöd, weil dann kann er sich super stark machen, aber solange er stirbt, ist es ja egal. Schaufler ist halt stärker als Sandgrab, aber Sandgrab macht auch den Sandsturm. Bleibt der Sandsturm dann eigentlich? Für alle? Ich mache einen Sandgrab und dann Schaufler. Ich glaube, er macht jetzt Drachentanz. Ja. Dann gehe ich dem aus dem Weg, indem ich Schaufler mache. Außer er macht nochmal Drachentanz, dann ist blöd. Er macht nochmal Drachentanz, aber ist okay. Jetzt bin ich weg. Und jetzt greift er mich an. Trifft nicht. Leo, sie, Discord? Was? Was ist auf Discord? Ja, das sind Shorts. Da ist, okay. Aber das liegt nicht daran, dass, das wird dir vorgeschlagen, weil das Pokémon-Content ist. Ich schlage dir nicht das Video vor. Meine, ich schlage euch meine Videos vor. Die Shorts schlage ich euch nicht vor. Schlagt euch YouTube vor. Ist alles okay. Ist okay. Okay. Solange ihr die Shorts nicht seht in dem normalen, in dem normalen Format, sodass dann quasi 16 zu 9 Videos sind und auf einmal so ein Hochkant denkt. Das kann nämlich auch passieren. Das ist kacke. Okay. Ist egal. Alles gut. Alles richtig. Shadrago, Shadrago. Wir bleiben. Rabigato ist unser MVP hier gerade. Aber der Sandsturm bleibt doch jetzt nicht, oder? Ist jetzt immer noch Sandsturm? Ich glaube nicht. Deswegen mache ich jetzt nochmal Sandgrab. Vergeltung. Ob Timmy immer noch im Loch sitzt? Alter, warum ist das so stark? Timmy sitzt so lange im Loch, bis sie ihn endlich freilast. Hoffe ich doch. Musst du auch Schwarz-Weiß-2 spielen? Ja. Wegen den Genies. Rauhaut. Krass, jetzt hat mich Rauhaut gekillt sogar. Ich nehme einfach mal an, dass der nächste Drache noch stärker ist. Der hat doch sicher einen Tricke-Fallo. Tricke-Fallo, Fußkick. Unlicht, Kampf. Unlicht ist gut gegen Kampf, ne? Andersrum. Wie rum ist es? Unlicht ist gut gegen Kampf. Aber dann kann ich Stein... Ne. Ich muss einen Fußkick machen. Bin ich schneller? Nein. Ich habe die Tränke vergessen. Kampf ist gut gegen Unlicht. Okay, dann ist gut. Jetzt muss ich nur den hier überleben. Neutraler Schaden. Nein, eins von beiden ist gut. Ich würde gerne Energiefokus machen, aber ich traue mich nicht. Nachthieb? Da, jetzt sehen wir es, ob es gut ist. Nachthieb ist nicht sehr effektiv. Eben, Kampf ist gut gegen Unlicht. Das heißt, gegen Tricke-Fallo könnte ich... Ah, diese dumme Rauhaut. Das heißt, ich mache jetzt einen Energiefokus, weil ich hoffe, dass er... Alter. Aber ist okay. Energiefokus. Volltreffer erhöht. Und jetzt mache ich einfach direkt einen Volltreffer. Diese Rauhaut, ey. Zermürben. Ach, jetzt kannst du auf einmal zermürben. Aber das sollte auch ein Witz sein. Okay. Und das ist direkt ein Volltreffer. Ah, aber er überlebt, ey. Was habe ich für ein... Anlack? Ne, war klar, dass er überlebt. Jetzt heilen wir uns mal. Das sehe ich nämlich gar nicht ein, dass ich... ...mich nicht auch heile. Und er sich heilt. Kann man die Roma jetzt eigentlich besser im Kampf einsperren? Hier in Gen 5? Ja, seit Gen 3 ist das sehr einfach. Gen 2 ist noch schwer, weil es da noch keine Fähigkeiten gab. What? Die Attacke haut mich weg? Okay. Macht nichts. Ich kriege ich mit einem Surfer. Wenigstens hat jetzt das Triggefallo keinen Trank mehr wahrscheinlich. Magsax. Okay, der wird doch sicher Triggefallo noch haben. Oder ist das so ein Top 4 Pokémon dann? Hat er überhaupt noch ein Pokémon? Magsax ist schon geil. Das ist sein letztes. Er hat nicht Triggefallo. Oh, okay. Der wird jetzt schwer. Ich glaube, ich mache die ganze Zeit Fliegen. Das ist wahrscheinlich besser als Surfer. Das ist das Problem, wenn man Fliegen macht. Er hat mehr Zeit, sich aufzubuffen. Oh mein Gott. Oh. Nice. Fliegen ist sogar richtig gut. Nice. Ne, ne, guck, 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 guck. Wenn er keinen Trank mehr hat, kriege ich es vielleicht sogar fast tot mit zwei Runden S. Wenn es ein Volltrüber gewesen wäre, jetzt bin ich tot. Ich muss nur noch einen Mon haben, das schneller ist. Er kann. Er hat schon drei Hypertränke, glaube ich, eingesetzt. Er kann keinen mehr einsetzen. Ähm. Zapplalek ist nicht schnell. Lacta Nektor ist überhaupt nicht schnell. Seepi Royale. Meistergriff ist auch nicht. Ich habe keine schnellen Pokémon. Ich glaube, Seepi Royale ist das schnellste von denen. Das wird mit Grasmixer wahrscheinlich keinen Schaden machen. Ey, wir haben Zeit. Ich nehme mal Seepi Royale. Ich meine, er ist schon auf plus sechs, glaube ich, oder? Ich mache einfach Egelsamen. Komm, mach Egelsamen. Okay, überlebe eine Attacke. Krass, ich bin keiner... Er macht immer noch Drachentanz? Okay, jetzt ist er auf plus sechs. Also jetzt kann ich mit Zeit gewinnen. Oh mein Gott, ist so stark. Wegen meinem Notdünger. Easy. Komm, sei schneller. Ich bin schneller? Hä, warum war ich jetzt schneller? Ist Drachentanz Prio? Nee, es ist nicht. Ausgeglichen vielleicht? Easy. Es war noch nicht mal schwer. Ich hätte den einen Hypertrank noch nicht mal nehmen müssen von Schadrago. Äh, von... Bei Schadrago. Also ich hätte meinen nicht nehmen müssen. Der Leiter ist dumm. Ja. Ja. Drachenrute hat negativ Prio. Wollte er dann gerade wieder Drachenrute machen? Das heißt, er wollte gerade zum vierten Mal Drachenrute machen? Notdünger macht Egelsamen nicht besser. Dann ist Egelsamen ganz schön stark, ey. Bing. Ach, ach, das wird erst stärker, wenn... ...wenn ich unter 30% bin. So war's. Dann werden Heilattacken stärker. Oder Pflanzenattacken werden stärker. Nee, die positiven Effekte von Pflanzenattacken werden stärker, wenn sehr Prioial unter 30% ist. Die Arena war schwerer als der Leiter. Ich wusste gar nicht, dass Drachenrute... ...äh, auswechselt. Gibt's irgendeinen Weg, die Sonnebomons auf die Spiegel zu übertragen? Nein. Kannst Item... Kannst, äh, kommt drauf an, von welchem Spiel. Aber innerhalb einer Gens kannst du Items an das Pokémons dran machen und dann natürlich tauschen. Pokéfusion. Okay. Was ist das? 54 und 143. Ich seh heute so aus. What a beauty. Relenton. Sei... Sack so. Intaxo. In... Relaxton. Yep. Kannst du, ich kann jetzt wirklich zur Siegelstraße gehen? Ich habe gerade ihr gesagt, dass ich es bereue, auf die Reise gegangen zu sein. Hier kriege ich einfach den Meisterball. Wisst ihr noch damals, wo man tatsächlich den Meisterball finden musste? In irgendwelchen Labyrinthen oder den Meisterball bekommen hat, wegen einer starken Leistung? Ich kann jetzt echt schon zur Siegelstraße? Ich glaube ihn nicht. Ich glaube, da kommt jetzt so ein dummer N. Lässt mich da nicht hingehen. Dann kommt so eine... die Stelle mit Zekrom und Rishiram. Champion ist immer das Letzte. Es kann nicht sein, dass ich da jetzt schon hin kann. Auf der Karte habe ich ja noch zwei Orte. Was sind das eigentlich für Orte? Tessera. Ondula. Der Urlaubsort. Okay, das ist wahrscheinlich hier Kampfinsel oder so. Bucht von Ondula. Und Schwarze Stadt. Schwarze Stadt ist da, wo wir dann die ganzen versteckten Fähigkeiten fangen. Riesengrotte. Schreiende Ernte. Portalabor. Hier ist das Portalabor. Und hier ist tatsächlich die Siegelstraße, wo wir jetzt hingehen sollen? Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da nicht dran. Aber gut, gehen wir in Richtung Siegelstraße. Ich wette, N wird uns jetzt entführen oder so. Wartet. Ich gehe Schutz und Pokébälle kaufen. Ich habe ja das Gefühl, irgendwo muss ja jetzt ein Regieram auftauchen. 990. Passt. 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 Einen Premierball, das ist nur eine Abzocke. und Top-Schutz muss ich übertreiben ich habe immer noch 125.000 krass ja und für die Top-4 muss ich dann Tränke und so kaufen beziehungsweise muss ich wahrscheinlich für die Top-4 noch krass trainieren wobei ich habe gerade den Drachen-Arena-Leiter geschafft ohne ein Pokémon zu haben, was nur ansatzweise gut ist gegen Drachen ich habe es über den Visocaster gehört auf Route 7 tobt ein schlimmes Unwetter und es soll kein natürliches Schauspiel sein irgendwie unheimlich okay, danke Route 10 Moment mal, die hat gerade gesagt Route 7 Was ist denn auf Route 7? Ein Sandsturm auf Route 7 Soll ich da hin? Beim Turm des Himmels Was sind das, die Genies? Das hat mit den Legi Genies zu tun Ah, okay Das machen wir nicht jetzt Dafür brauchen wir noch ein richtiges Fang-Pokémon Ich gehe nicht ins Gras Kann man irgendwie sehen, wer von denen tatsächlich der Pokéball ist? Ich sage, dass der ist ein richtiger Pokéball Was? Kann man das sehen? Weil die sehen alle drei unterschiedlich aus Du kannst in die Top 4 in der Reihenfolge machen, wie du Lust hast War das nicht in Gen 6 so? Dass du quasi in so einer Mittel stehst und dann kannst du in alle vier Richtungen gehen Ist das hier auch so? Gen 7 Okay Aber Hier ist das auch Okay Und in 7 Okay Warum schläft Rabigato? Hat er Kontakt? Wie heißt das? Kontakt Schlaf? Wenn ich ihn anfasse, schlafe ich Sind das alles Harping-Jungs? Komm, hier liegt doch sicher an der zweite Meisterball im Gras Das wird schön, beide Editionen spielen zu müssen nur um Demeteros zu bekommen Jep Ich muss sowieso beide Editionen spielen Frage ist, wie weit muss ich spielen um Demeteros zu bekommen Und das dann nochmal für die Tiergeistform? Nö, die hole ich mir im Traumradar Das Spiel ging ja schnell durch Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ewig gebraucht habe für die Story Wollen wir nicht Meistergriff trainieren? Mit am wenigsten Level Wie lange bist du jetzt schon dran? 17 Stunden Ne, 27 Stunden Krass 27 Stunden 44 Und ich habe kaum Level gefarmt Ich glaube, ich habe einmal nachts 2 Stunden oder sowas Level gefarmt Der Schrein der Ernte ist im Endgame-Gebiet Okay Er sagt immer Sachen und nehmt an, dass ich irgendwas Ich bin tatsächlich kein Pokémon-Profi, ne? Ihr denkt immer, dass ich Pokémon-Profi bin Was heißt das? Der Schrein der Ernte ist am Ende des Games Und jetzt? Ich spiele das Spiel zum ersten Mal Bist du nicht Weltzerstört? Ne Nach der Liga? Okay Ich weiß nicht, was die Information mir bringt Dass der Schrein der Ernte am Ende des Spiels ist Ich weiß nicht, was das ist Ich weiß nicht, was der bringt Du kriegst Demeterus erst nach Durchspielen Okay Ja, das verstehe ich Das heißt, ich muss nochmal die 25 Stunden spielen Nur um Demeterus zu kriegen Und halt Okay, das heißt, egal wo die anderen Pokémon alle verteilt sind Ich muss sowieso komplett durch Um Demeterus am Ende des Spiels zu kriegen Linfu Ist blöd Unreal Oatmeal Hello Have a good day You too Wie viel fehlen dir noch? Wir sind noch nicht da, bei Pokémon zu fangen Wir spielen das Spiel noch durch Aber im Titel steht es, oder? 865 Ich weiß nicht, wie viele davon schwarz sind Äh, ich hab einige Schau hier Das sind die, die wir bisher gefangen haben Einfach so während des Spiels Von den Mystischen Ich weiß nicht, wie viele das sind Ein paar Also nur einmal komplett Weil du die Genius jetzt schon kriegen kannst Theoretisch Ah Das heißt Also wann erscheinen Wann scheinen denn Borreus und Voltelus? Wann erscheinen die? Die erscheinen Wenn man 8 Arenen gemacht hat Also ist jetzt gerade der Moment Wo zum ersten Mal die Genies Bekommbar sind Dann muss ich beide Spiele Bis dahin spielen Und eins davon Durchspielen Um Demeterus zu holen Demeterus kannst du nach dem ersten Durchspielen holen Wenn du dann einfach Borreus und Voltelus Auf das jeweilige andere Spiel überträgst Dann musst du nicht neu starten Jaja Das heißt aber Eben Dann muss ich nicht beide komplett durchspielen Weil ich brauche es ja nur auf einem Demeterus gibt es auf einem von den beiden Das was ich jetzt hier gerade durchspiele Und das andere muss ich nur so weit spielen Bis ich Voltelus oder Borreus habe Ja Also ich muss nicht beide Also das hier muss ich zum Beispiel dann nicht mehr machen Auf Weiß Das mache ich jetzt nur in Schwarz Glaube ich Mein Meistergriff ist dauernd am Verrecken Kein Wunder Ich gehe nochmal Ich bekomme BDSP in 24 Stunden durch Herzlichen Glückwunsch Pokémon wie Leute was ist los Was ist los Wie kann ich euch helfen Was kann ich tun Basically bis dahin beide spielen Wo du Borreus und Voltelus bekommen kannst Das eine von beiden dann auf den Spielstand rüber tauschen Wo du die Liga fertig hast Und dann zum Schrein der Ernte Achso der Schrein der Ernte heißt Beim Schrein der Ernte ist Demeterus Okay Und Ab wann kann ich Borreus und Voltelus fangen Bis dahin spielen wo du Borreus und Voltelus bekommen kannst Wann ist das Ist das genau jetzt Oder geht das schon früher Bis sie jetzt schon gehen Ja Aber geht das noch früher Wahrscheinlich nicht Deswegen hat sie mich an den Wahrscheinlich hat sie mich deswegen an diesen Windsturm jetzt erinnert Wenn wir diese random Begriffe oder Aussagen Deine Reaktion killt mich immer wieder Ich lese nur vor was da steht In der Hoffnung Dass ihr versteht Dass es random ist Was da steht Und ihr euch dann Keine Ahnung Lolo Koko Was willst du uns sagen Pokemon Weiß Ah Pokemon Weiß Schwarz Eins oder Zweiter Zweiteil Wo ist die Frage Lolo Koko Ich beantworte einfach alle Die es sein könnten Das hier ist Pokemon Schwarz Nicht Pokemon Weiß Sondern Pokemon Schwarz Äh Ich werde Alle spielen Ich werde Pokemon Weiß spielen Pokemon Schwarz spielen Und eins von den beiden Zweiten Teilen Das ist entweder Weiß 2 oder Schwarz 2 Ähm Vielleicht willst du wissen Welches ich von beiden lieber mag Weiß ich nicht Denn ich habe Schwarz Weiß 2 nie gespielt Aber wahrscheinlich Schwarz Weiß 2 Weil das alle lieber mögen War eine von diesen drei Sachen Deine Frage Schniedeldecks Ja Leute sagen Ich mache ein Schniedeldecks Weil ich alles auch auf männlich fange Was nicht stimmt Weil ich fange nicht alles auf männlich Ich fange nur alles in der Originalversion Ja Okay Ähm Bist du eher Reshiram oder Zekrom? Aha Original Was? Leute Warum seid ihr wie ihr seid? Schönes Video zum Pokerus Dankeschön Dankeschön Amalia Vielen Dank Warum könnt ihr nicht einfach wie Amalia sein Und die ganze Zeit nur mich loben? Alles auf männlich geht ja nicht Eben Deswegen es geht darum Alles so zu fangen Wie es Ursprünglich da ist Und dann zusätzlich Die anderen Formen Ähm So ein feiner Leo Obwohl wenn du das andere Legendäre haben willst Musst du die Liga machen Oder holst du das in Schwarz 2 Welches andere Legendäre? Von was reden? Welches andere Legendäre? Kyurem Sekrom Oh Ich weiß Ich weiß nicht Ich weiß nicht wann Achso Ich kann kein Boden machen Oh Gott Ich dachte, ich fange jetzt der Kommen Regieram. Ich mag Blau mehr als Rot, deshalb fange ich alle auf Männlich. Wenn man alle 8 Orden erhalten hat, wird man in der Zwischenstation zur Route 10 auf ein Umwetter hingewiesen. Danach kann man der Geschichte der Frau auf Route 7 lauschen, wodurch letztendlich Boreos bzw. Voltelos gefangen werden kann. Nach dem Top 4 fange ich Sekrom. Ey, ihr spoilert mich so krass, ne? Ich freue mich die ganze Zeit rauszufinden, was nur mit N passiert. Dann sagt er mir jetzt, dass das erst nach dem Top 4 passiert. Gemein. Lass den Mann doch erstmal durchspielen, genau. Nein, das macht mir nichts aus. Aber, was ist dein Lieblings-Pokémon? Ah, können wir normale Konversationen führen? Keine Ahnung. Wusstet ihr, dass anscheinend der Urknall nicht echt ist? Was habe ich gehört? Was würdest du sagen, ist aktuell das seltenste Pokémon in Home? Lachender Smiley. Azrael. Azrael. Du weißt schon, dass mir auch ein paar Streamer zugucken, da hast du gerade alle voll gefrontet. Also der liebe Azrael hat gerade gesagt. Hier, JustSnox zum Beispiel. Azrael hat gerade gesagt, dass du richtig kacke bist. Nein. Azrael, vielen Dank für 15 Euro. Den folge ich ja nicht. Bin ich auch, schwöre. Vielen Dank für 15 Euro. Dankeschön. I'm Shadow. Du bist ein Shiny. Das erste Shiny heute. Ein Shiny. Äh, das da. Pinguin. Ein Shiny Pinguin. Das seltenste Shiny, äh, das seltenste Pokémon of Home, würde ich sagen, ist die Kombination von allem. Und das ist Magiana in der Pokéballform. Und das bedeutet, dass du alle anderen Pokémon hast. Wenn, wenn, ich weiß nicht, ist denn noch was anderes? Was sagt ihr? Findet ihr auch, dass Magiana Pokéball dann eigentlich das seltenste sein sollte, wenn das Kombi aus allen ist? Ansonsten ist es ein selbstgefangenes Quaffaff mit dem Herrscherschnitt. Weil, um das zu haben, musst du ihn nach Ägypten. Physisch. Dort sein. Mammolida. Weg hier. Das Bibillon mit dem Pokéball-Muster. Das wurde seit XY nicht mehr verteilt, ne? Shiny, man nachfühlen. Okay, Shinies lassen wir außer vor, glaube ich gerade. Es geht, glaube ich, nur um das Pokémon. Äh, ne, stimmt. Das Pokéball-Bibillon wurde seit XY nie wieder verteilt. Das sollte dann das seltenste sein. Weil das brauchst du nicht, um Magiana zu kriegen. Pokéballform-Bibillon. Für Ägypter ist das aber ein Klacks. Das stimmt. Windewoge und Eisenblatt? Nein, das hat doch jeder. Im Moment. Du willst mir sagen, Windewoge und Eisenblatt sind seltener als ein Vivillon, das... ...das man vor zehn Jahren... ...in Frankreich nur bekommen hat? Oder wo das war? ...klipprin, klipprin. Ich zeig wie wir hier auf Pokéball. Im Pop-Up-Store vom Pokémon Center. Eines der ersten in Europa. Krass. Krank, krank, krank. Und ich habe eins von der lieben Trunks. Frigometri. Also gegen was krasses kämpfen wir eigentlich gerade? Das hört nicht auf. Ich habe weder Windewoge noch Eisenblatt. Dann hast du nie Kamesin und Popo gespielt. Ich habe auch eins damals bekommen. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Gab es nicht das Pokéball-Bibillon per Online-Verteilung? Anscheinend. Ich weiß nix. Ich wiederhole nur, was ihr sagt. Du hast Kamesin und Popo gespielt. Dann hast du nicht mitbekommen, als Windewoge und Eisenblatt verteilt wurden. Warum ist mein Latte-Anekto tot? Gottes Willen. Pokéball-Bibillon gab es Sommer 2014 in der Verteilung. Ganz normal. Tada! Glaubt nix, was ich euch sage oder vorlese. Sollen wir für Gen 6 auch den DNS-Glitch-Server machen? Machen sie aber nicht. Oh Gott. Oh Gott. So, einfach so ein dahergelaufener Trainer zerstört mich gerade. Bam, 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 bam. Okay. Was für eine krasse Trainerin war das? Wer bist du? Die ist doch religiös. Sharon, Leo. Nein, Sharon, nein. Ich wollte nur kurz gucken, was da ist. Ich wollte gerade zum Pokémon Center zurück. Nein, Sharon. Sharon. Oh, vielleicht wollen sie nicht Kamesin zu zweit. Nein. Soll ich's probieren? Soll ich's probieren? Wie kam es zum Pokémon-Content? Kenne dich noch mit Streaming-Guides? Weißt du was, Amalia? Das frickt mich kaum jemand. Die meisten fragen ich nur, was ist dein Lieblings-Pokémon? Glaubst du Pokémon, glaubst du Gen 6 und 7 werden auch irgendwann ein DNS-Glitch kriegen? Was glaubst du, wie lang brauchst du für ein Manafie-Ei? Aber niemand fragt mich mal, warum eigentlich? Warum Leo? Warum eigentlich Pokémon? Ich will gegen den gewinnen mit meinen zwei Pokémon. Okay, ich hab keine Chance. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Das da. Ich hab gerade dein Pokeros-Video gesehen, wusste gar nicht, dass es den nicht mehr gibt. Deswegen hab ich das Video gemacht, tatsächlich. Freut mich, dass du's angeschaut hast. Alle fragen immer, was geht Leo? Aber nie fragen sie, wie geht's dir, Leo? Das stimmt nicht. Sehr viele fragen das. Wie bin ich zum Pokémon-Content gekommen? Ich habe schon immer Pokémon-Content machen wollen. Eins meiner ersten Sachen, die ich jemals gestreamt habe, war Pokémon Reborn. Auf Englisch. Als ich damals, 2018, ein bisschen gestreamt habe, um zu checken, wie es mir so gefällt, habe ich sogar auf Englisch angefangen. Und hatte einen Zuschauer, der immer da war und mit mir zusammen Pokémon Reborn gespielt hat. Dieser Zuschauer schon hat mich genervt. Also es hat sich nichts verändert in fünf Jahren. Es ist also typisch so Backseat-Gaming ohne Ende. So ein Mensch, der dich einfach zuspammt. Aber damals wusste ich noch gar nicht, was das alles ist. Backseat-Gaming oder wie man sich verhält oder wie man sich nicht verhält, so wie ich. Aber ich habe tatsächlich schon immer Pokémon machen wollen. Und habe das Fangame Pokémon Reborn gestreamt. Das war ja eines der ersten Spiele, die ich jemals gestreamt habe. Aber ich habe halt dann sehr schnell festgestellt, du kannst nicht einfach spielen, was du willst. Als Streamer oder Content-Creator erfolgreich zu sein, ist sackenschwierig. Selbst wenn du vielleicht Ahnung von Medien hast oder sonst irgendwas, ist es schier unmöglich. Und habe dann eben die Idee gehabt, dass ich eben diesen Content mache, den du noch kennst. Und bin damit ja relativ erfolgreich gewesen. Hätte ich das mal weitergemacht. Aber es hat mich so angegast, diesen Content zu machen, dass ich aufgehört habe. Weil es mir keinen Spaß gemacht hat, die ganze Zeit Lehrer zu sein. Und jetzt bin ich Pokémon Lehrer. Obwohl ich keiner sein will. Obwohl ich keine Ahnung habe. Und als ich dann keinen Bock mehr hatte, habe ich andere Sachen ausprobiert. So allgemein Challenges halt. Ich habe Speedruns gemacht. Aber ich habe schon während diesem ganzen Twitch-Support-Zeug, habe ich Pokémon-Videos gemacht. Wenn du auf meinem jetzigen Pokémon-Kanal zurückschaust, habe ich Videos gemacht. Während ich schon den anderen Kanal auch gemacht habe. Aber ich habe zum Beispiel mit Temtem angefangen damals, den YouTube-Kanal zu machen. Ich habe Temtem-Videos gemacht, die auch relativ gut liefen. Bis Temtem halt wieder uninteressant wurde. Und dann habe ich diesen Twitch-Support-Ding komplett abgeschworen. Und habe halt gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und das ist Pokémon-Spiel. Und jetzt spiele ich einfach Pokémon. Und Leute wollen mir komischerweise dabei zuschauen. Dankeschön, Snooks. Danke, dass du schon für uns über vier Jahre Videos machst. Bitte. Daze, du bist ein Mirai-Don. Noah, du bist ein Chabelle. Gewinne ich jetzt gegen Sharon nur mit meinem Starter? Typisch Rivale. Aber Belle will danach, oder? Was, Raid? John Exos. Dankeschön für deinen Raid. Mist. Hallo, John. Was geht? Was geht? Kannst du bitte Slam einsetzen? Oh, zum dritten Mal ins Einander. Zum Glück habe ich mir nicht Entfernung oder so beigebracht. Das wäre der Horror, glaube ich, in dem Spiel. Weil die nehmen das sehr ernst mit diesen Prozenten. Oje. Strong, schöne Legacy. Ich mag es, wenn Leute das machen können, was sie fühlen. Ja, gehörst du aber gleich zu den wenigen. Aber Dankeschön. Das war nicht böse gemeint. Damit gehörst du zu den wenigen. Ich glaube nur allgemein, der Mensch gönnt nicht. Aber Dankeschön. Es gab sieben Pokéball-Vivillons. Ihr redet immer noch über Pokéball-Vivillons? Warum seid ihr immer so... Ihr seid wie so Rottweiler. Eine Information, die anscheinend falsch ist, aber vielleicht auch nicht. Lasst uns über 10.000 Minuten darüber reden. Was war mal? Ich habe verloren, fuck. Pokéball-Vivillons ist das seltenste Pokémon-Afform. Prove me wrong, Rottweiler. Schönen Rottweiler. Rottweiler sind schön. So, wir tasten uns vor. Ich finde schon, es gibt nichts Cooleres, als Leuten bei Dingen zuzusehen, auf die sie wirklich Lust haben. Merkt man deinen Videos auch sehr an. Das ist faszinierend. Weil ich das nicht nachvollziehen kann. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass es so wirkt, als ob ich Spaß habe. Weil ich habe keinen Spaß. Nein. Ich habe Spaß dabei. Aber ich kann nicht zustimmen, dass man mir das ansieht. Ich finde, man sieht mir eher an, dass ich genervt bin die ganze Zeit. Aber es ist gut. Dann kann ich weiter genervt sein. Und anscheinend kommt es alles positiv rüber. Es ist auch gut für mich. Retro, du bist ein Fatality. Hallo, Paco. Da kann ich nicht steinhageln. Ich bin aber langsamer. Ich freue mich schon auf das Gen-5-Video. Jeder übrigens, der das schreibt unter meine ganzen YouTube-Sachen zurzeit. Ich habe schon irgendwie zehn Kommentare gekriegt, dass... Wann kommt das Gen-5-Video? Ich downvote die alle so krass. Also wenn ihr... Wenn ihr seht, irgendwo auf YouTube, in den Videos drunter so, hey... Wann kommt das Gen-5-Origindex-Video? Und ihr seht dann so ein Dislike. Das war ich. Das war ich. Ich war die eine Person, die den Dislike gegeben hat. Also nicht zu einem Gen-4-Video genauso. Das ist seit Gen-3 so. Was ja auch cool ist, weil es heißt, dass die Leute sich darauf freuen. Aber es ist so... Es ist so abnormal, nach zwei Wochen zu erwarten, dass das nächste Video schon kommt. Oder zu fragen, wann kommt es endlich. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie viel Arbeit das ist? Die sind alle Karpfediem gewöhnt, der die Videos in einer Woche raushaut. Wie auch immer er das schafft, ey. So schnell schafft er es auch nicht. Aber er schafft es so schnell. Und ich verstehe nicht, wie zum Teufel er so schnell ist. Ich mach nur Spaß. Also ich downvote die wirklich. Aber ich mach nur Spaß. Ich würde es eher wundern, wenn man bei einem Origin-Decks nicht genervt ist. Ich denke, das war eher auf die Leidenschaft dahinter gemeint. So, ich passe hier überhaupt nicht auf. Ich übernehme die komplett falschen Mons. Oh Gott, oh Gott. Zumindest schafft er es in fünf Wochen und fünf 40-Minuten-Parts. Ja, aber ich brauch für ein Video, was 40 Minuten geht, fünf Monate und nicht fünf Wochen. Sondern ich brauch fünf Monate und dann mach ich noch nicht mal 100%. Ich mach einen kleinen Teil von seinen 100%. Das ist so krass einfach, wie schneller er ist. Ich hab heute kein Leben. Nee, ich glaub einfach, der ist sackeneffizient bei der... bei dabei die ganze Zeit. Oh mein Gott, kann ich mal richtig kämpfen. Was ist denn? Überreste. Der hat Überreste? Wo sind wir denn hier in Gen 5? Ja, ich mag Meistergriff optisch auch nicht. Aber es sollte eigentlich gut sein. Nur irgendwie meins will nicht. Das ist halt die Mentalität des Internets. Hauptsache Content wegkonsumieren. Ja. Was ich ja genauso. Ich hab auch Podcasts und sowas. Und manchmal denke ich mir, wann kommt die nächste Folge? Oder warum macht der nicht mehr Videos? Und dann versuche ich mich dran zu erinnern, dass das tatsächlich Arbeit ist. Vielleicht sollst du den Leuten nochmal erklären, wie lange es dauert, wie lange du gespielt hast, wie lange du Schnitt vorbereitet hast und wie lange du geschnitten hast. Das mach ich ja in den Origindex Videos selber. Und dafür ist mein Patreon da. Auf Patreon habe ich erst gestern das Making-of hochgeladen vom Pokeros-Video. Wo ich genau zeige, erklärt habe, meinen Gedankengang, wie ich das Skript geschrieben habe, warum ich das gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Wie ich den Greenscreen dieses Mal verbessert habe, aber er immer noch nicht gut ist. Ich hab sogar am Ende erklärt, was ein Polarisationsfilter ist, den ich benutze und so weiter. Dafür ist Patreon da. Für das Behind-the-Scenes-Zeug. Ich bin froh, wenn ich Behind-the-Scenes-Zeug habe, dass ich da hochladen kann. Das kann ich nicht dem Pöbel geben. Das hat der Pöbel nicht verdient. Funkenflug. Welche Podcasts und YouTuber verfolgst du so? Ich gucke nur internationalen Content eigentlich an. Also, weil ich habe so viele Podcasts, die ich inzwischen regelmäßig schaue. Cold Ones. Always Sunny. TMG. Ich weiß aber nicht die Namen davon. Nontendo. Weiß nicht mehr denn. Fade. Fade and. Fade and Stitch. Nee. Stitch and Fade. Trash Taste ist tatsächlich gar nicht so. Ich habe nur, also, ich habe schon viel Trash Taste geguckt. Aber die meisten Themen, über die die reden, interessieren mich null. Und die sind großartig darin, Fakten zu sagen, die nicht stimmen. Was ja auch ein bisschen der Witz darin ist. Trash Taste halt. Trash Taste würde ich aber nicht zu denen zählen, die ich immer gucke. Ausgibt, die ich oft gezählt habe, gucke ich jede einzelne Folge, die rauskommt. Eine Stunde lang. Ähm. Dingens. Wie heißt's? Was ich gestern gesagt habe? We're here to help. Ähm. Das war's. Und YouTuber verfolge ich sehr viel so Retro-Dinger. So Bob Wolf oder halt Wolfdennen oder Retro-Future. Ähm. Halt Beat'em Ups. Ähm. Meat Canyon gucke ich viel. Also Papa Meat. Ähm. NMP gucke ich viel. Ja. Hat hier irgendwas... Also wenn du zum Beispiel nur deutsche Sachen schaust, dann hast du das jetzt wahrscheinlich alles nicht gekannt. Ich habe echt nichts deutsches, was ich gucke. Nix. Wenn ich deutschen Content anschaue, ist es wirklich Carp4DM. Und hier und da Miaozgenau Podcast. Ich glaube, sonst habe ich nichts deutsches, was mir einfällt. Wehe, jetzt kommt Belle. Okay, sie gibt mir was. Kann ich hier was über Stream fragen? Das selbst verfreilich. Aber nur, wenn es eine gute Frage ist. Ist gerade so ein Nakama-Talk hier. Ist okay. Der Nakama-Talk, kurz vor dem Top 4. Wir sind als Menschen zusammengewachsen. Freunde auf dem Weg. Ja, ja, ja. Nichts. Zurück. Auch zur Liga. Es ist schon Viertel nach sechs. Wir begeben uns hin. Aber ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Erstens, weil ich will ja jeden Trainer bekämpfen. Ich level nur super kacke, ey. Weil dauernd sterben die, die ich trainieren will. Vielleicht sollte ich wirklich nur mit EP-Teiler arbeiten. Und Meisterkräfte in EP-Teiler geben. Aber wichtiger ist eigentlich, dass mein Skalabra endlich die Attacken lernt. Wie stehst du inzwischen eigentlich zu Twitter? Ich habe den Eindruck, es wird dort immer schlimmer, instabiler und nerviger. Das sagt man aber über Twitter, seit es existiert. Also niemand hat jemals etwas Positives über Twitter zu sagen, oder? Gibt es irgendjemanden, der jemals gesagt hat, oh Twitter ist voll cool. Aber es ist halt eine Plattform. Also ich bin allgemein super schlecht mit Social Media. Ich hasse es. Ich mag es nicht. Vor allem Social Media, was einfach nur sagt von wegen, hallo Leute, ich bin heute hier und der Kaffee hat super geschmeckt. Und ich bin so, wen interessiert das? Und ich könnte es auch machen. Ich könnte auch jeden Tag, wenn ich mir einen Kaffee hole und gehe am Meer entlang. Ich könnte wunderschöne Videos machen, wie ich am Meer entlang gehe und Musik höre. Und da könnte ich eine Story draus machen und posten, was nicht alles. Aber ich denke mir nur die ganze Zeit, welchen Himmel interessiert das? Deswegen mache ich es nicht, weil mich interessiert es nicht. Also ich will nichts machen, was ich nicht gucke. Ich mache nur Sachen, die mich interessieren und die ich auch selber anschauen würde. Deswegen ich mache schon mal null Social Media. Wenn ich was auf Twitter schreibe, dann ist es wirklich, um YouTube oder Twitch zu promoten. Im Sinne von, hey, heute machen wir das. Hey, wusstet ihr, dass das so ist? Das probieren wir heute aus. Hey, ich habe das und das versucht und das geschafft. Hey, hier ist mein Deoxys, was ich gefällt habe. Und Twitter ist super, um Leute kennenzulernen aus dem gleichen Umfeld. Ich habe inzwischen super viele Leute einfach über Twitter, einfach nur weil Twitter existiert, kennengelernt. Weil du halt mit der Zeit, ich kriege nur alles auf meinem Twitter, ist nur Pokémon. Alles. Alles ist Pokémon. Ich habe zum Beispiel, kennt ihr Tales of Taylor, ist ein relativ bekannter Shiny Hunter auch. Seine Tweets sind super lustig, gucke ich immer. Lache mich tot. Folg dem. Und er ist mir zurückgefolgt, vorgestern oder sowas. Ich denke mir so, warum? Ich mache deutsche Tweets. Aber Shiny Hunter. Gemeinsamkeit. Man connectet sich. Und voll cool. Deswegen, ich habe eigentlich nur Positives zu erzählen über Twitter, so wie ich es benutze. Ich finde immer, jeder, der sich über Twitter beschwert, sieht halt Sachen, die er nicht sehen will, wo man selber dran schuld ist. Wenn du die Sachen nicht sehen willst, die du da vorgeschlagen kriegst, dann klick drauf und sag, will ich nicht mehr sehen. Dann siehst du es nicht mehr. Ähm. Und auf jeder Plattform ist Abschauen. Aber du musst dir die Plattform so einstellen, dass du den Abschauen nicht siehst. Und wenn du den Abschauen sehen willst, dann darfst du den nicht drüber beschweren. Habe ich das jetzt beantwortet, die Frage? Twitter ist, also Twitter ist broken im Sinne von wie deine Tweets und was nicht alles verbreitet werden. Weil die Regeln inzwischen sind abnormal, kacke und es ist schier unmöglich, dass sich deine Tweets verbreiten. Vor allem, wenn ich sowas wie Links benutzen möchte, Videos benutzen möchte und da sagt Twitter direkt irgendwie nö. Und Twitter Blue ist sowieso Bullshit und die werden sowas von krass bevorzugt. Aber ich sehe es nicht an 6 Euro zu zahlen im Monat. Toni, du bist übrigens ein kleines Pikulente. Nein, bist du gar nicht. Du bist ein Vizka, Vizcora. Dings, weiterentwicklung. Werbungsmarge wurde verschlimmert. Es ist so viel Werbung auf Twitter, ja. Selbst in Kommentaren und wo nicht alles. Schrecklich. Das ist ein Geist. Oh, habe ich... Oh, ja. Vizcagot, wollte ich es sogar sagen. Da dachte ich mir, nee, es ist ja Vizcagon. Ich habe es gesehen, Vortex. Lass mir Zeit. Ich rede gerade über ein anderes Thema. Bitte spam nicht deine Nachricht, obwohl nur zwei Minuten vergangen sind. Ähm, und Twitter, ja. Ich mag es, einfach weil man da... Ich habe... Mein Feed ist voller Shiny Hunter und ich kriege nur Shiny Hunts und dies Pokémon und das Pokémon. Für mich ist Twitter Informationsbeschaffung. Up-to-date zu bleiben mit Pokémon. Und ich mache halt Tweets, um andere Leute up-to-date zu halten mit den Sachen. Leute, die vielleicht nicht englische Tweets schauen, sondern deutsche. Äh, keine Ahnung. Ähm. Aber ja, habe ich irgendwie das beantworten können, was du gefragt hast? Ich mache Traumradar, ja. Seit dem zweiten DLC gibt es, äh, geschlechterspezifische, also formspezifische Ausbrüche. Jakob, ja. Um einiges einfacher jetzt. Deswegen ist es auch Sacken einfach ein... Ein antikes Fertility zu Shiny Hunten, weil du einen Ausbruch finden kannst, wo nur Antike drin sind. Leider. Das hat es sehr... Zu einfach gemacht. Den bekomme ich auch immer auf die Timeline, weil du immer Sachen likest. Ja. Ich like nur Sachen auf Twitter, wo ich... Wo ich mir bewusst bin, ah, das könnten dann Follower von mir sehen. Weil das ist liken, ne? Du likest etwas und dann sehen andere, die dir folgen. Leo hat das geliked. Ja, und so verbreiten sich halt Sachen. Das ist halt das Coole daran. Du kriegst Sachen reingespült, die du nie gesehen hättest, wenn du nicht über drei Ecken dieser einen Person folgen würdest. Du kannst halt auf Twitter super gut up-to-date bleiben mit einer gewissen Bubble. Aber man muss sich halt die Bubble zusammen züchten, sodass sie einem gefällt. Sind die Ausbrüchen von seltenen Formen dann auch seltener? Ja. Also das ist direkter Vergleich. Also es ist eine direkte Verbindung zwischen, wie selten ist ein Spawn. So selten ist auch, dass der Ausbruch von einem Spawn erscheint. Aber es ist sehr machbar. In meinen Shiny-Hunting-Videos zu Gen 9 habe ich das sehr oft gezeigt, wie unfassbar einfach das ist. Ich glaube, in meinem Shiny-Oktober-Video habe ich Shiny-Fatility bekommen. Und das war, glaube ich, 10 Minuten oder so. So, jetzt Vortex. Watama hier. Ich habe mir jetzt so ein Focusrite-Interface geholt. Okay, es fängt schon mal schlecht an. Ich glaube, ich kann dir da nicht helfen. Und eigentlich müsste das doch jetzt ausreichen, um genug Input reinzubekommen in den PC. Jetzt würde ich gerne wissen, warum benutzen manche noch einen extra Mixer, wie zum Beispiel einen von Behringer. Übrigt sich das dann alles einzeln in OBS einzustellen? Und habe es dann quasi einmal alles fest über den Mixer anstatt digital? Okay, das kann ich sogar grob beantworten. Ich weiß nicht, wie sehr ich dir helfen kann. Es gibt einen Unterschied zwischen Audio-Interface und Mixer. Das sind zwei verschiedene Sachen. Audio-Interface ist einfach nur die mögliche... Ich sage das ganz grob, weil ich habe keine Ahnung von Technik. Das denken immer Leute. Ich habe keine Ahnung von Technik. Äh, Fluch? Nein. Audio-Interface ist einfach nur, dass du dein Mikro, was ja ein, was ja Hardware ist und nicht digital, was ja, wie sagt man, undigital ist. Das ist ja ein richtiges Mikro. Das ist ja kein digitales Mikro. Und dieses Signal musst du ja in deinen PC kriegen. Das heißt, du brauchst so etwas wie ein Interface, was dir dieses Signal auf den PC bringt. Und dafür brauchst du zum Beispiel eben ein Audio-Interface, was du hast, von Focusrite, was auch viele haben. Und das reicht. Und dann hast du einfach das Signal von deinem Mikrofon auf den PC gebracht, dank dieses Focusrite. Da kannst du lauter machen, leiser machen, vielleicht noch ein bisschen EQ machen und das war's. Ein Mixer ist das, was es sagt. Das ist ein Mixer. Das heißt, du hast fünf Mikrofone angeschlossen und kannst sagen, ein Mikrofon lauter, ein Mikrofon leiser. Vielleicht sind es nicht fünf Mikrofone, sondern es sind... Ich hätte Steinhagel machen sollen. Sondern es sind noch eine Konsole, ein Mikrofon, ein PC und was nicht alles angeschlossen. Und du kannst die verschiedenen Audiospuren mixen. Das ist ein Mixer. Das Optimale ist, wenn du dir einfach einen Mixer holst, der ein Audio-Interface hat. Die meisten Mixer haben auch ein Audio-Interface. Sodass du... Also das Behringer zum Beispiel. Das, was du wahrscheinlich meinst. Das ist auch ein Audio-Interface. Du steckst dein Mikro rein, steckst den Mixer in deinen PC rein und schon hast du... einen Mixer an deinem PC, womit du dein Mikro steuern kannst. Es kommt halt darauf an, was willst du, was brauchst du, wie viel Geld willst du ausgeben. Weil ein Focusrite kostet nicht so viel wie ein fetter Mixer. Aber dafür kannst du mit deinem Focusrite nicht verschiedene Spuren steuern per Hand. Sondern musst dann eben in deinem PC, Voice-Meeter oder was auch immer benutzen. Um die verschiedenen Audiospuren von Spiel... Spiel... Mikro... Und anderen Sachen, Musik, was nicht alles steuern zu können. Ich hab ein GoXler auf dem Tisch stehen. Ich hab vier Spuren, wo das Mikro drin ist, Musik drin ist, Spiel drin ist, was nicht alles. Und kann so alles steuern. Wenn du nur ein Focusrite hast, dann musst du digital deine Spuren mischen. Habe ich deine Frage beantwortet oder war alles für die Katz? Steinheikel wäre auch nur neutral wegen dem Stahl. Ah, stimmt. Stimmt. Das wollte ich wissen. Also musst du nicht mehr in OBS großartig rumwischen. Ne, ich hab eine... Good old times, Leute. Ich hab eine einzige... Hör mal, sieht man das? Wo bin ich? Ich hab eine einzige... Also das, was ihr hört, ist das hier. Das hier hört ihr. Jetzt ist es leiser. Das ist das, was ihr hört. Und das ist eine einzige Tonspur. Und die steuere ich mit einem Mixer auf meinem Tisch. Die anderen hier sind nur dafür da für die Aufnahme. Die Spuren werden noch aufgenommen. Also ich hab verschiedene Spuren, die aufgenommen werden. Aber was ihr hört, ist eine einzige Spur. Und das ist das unfassbar angenehme... Warum ist die Switch an? Was ist mit dir? Das ist halt Luxus. Also das ist... Ja. Was heißt Luxus? Angenehm halt. Ja, Frodo 10 sollte es einen Finderstein geben. Ich finde ihn. Ich drehe jeden Stein um. Ah, ich hab das Gefühl, ich muss jetzt wieder zurück und mich heilen. Mein Meistergriff will nicht überleben. Ich glaube, ich geb dem jetzt einen EP-Teiler. Kein Bock mehr. Würde es sich lohnen, zwei EP-Teiler zu benutzen? Ich hab mir das Gefühl, das lohnt sich nicht. Es verteilt sich dann zu krass. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du das damals mal gezeigt hattest. Ich meine, die Videos sind für immer auf dem Kanal. Du könntest einfach wieder nachschauen. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das jemals gezeigt habe. Von einem Veteranen versteckt nach einer kleinen Brücke weiter oben auf der Route. Ich komme in den Stream und höre sofort Peak Musik. Was machst du eigentlich mit dem Origindex-Projekt, wenn mittendrin irgendwann Bank geschlossen wird? Wird's nicht. Bevor Bank geschlossen wird, würden sie uns sicher ein halbes Jahr davor Bescheid geben. Und wenn ich den Origindex so schnell es geht fertig machen würde, könnte, müsste, müsste, dann würde ich maximal zwei Monate brauchen. Ich glaube, ich würde es sogar in einem Monat schaffen. Und das würde ich dann machen. Schade wäre es dann um die Shiny Hunts. Also es gibt halt viele Shiny Hunts halt auf den alten Systemen. Aber so oder so wäre mir das alles egal, weil wenn die mir Bank wegnehmen, benutze ich halt andere Systeme, um die Pokémon auf Form zu bringen. Oh hier, was? Schon vorbei? Hier fängt die Siegestraße an? Ist jetzt hier der Finsterstein oder bin ich schon dran vorbei? Hallo, Skip. Da versteckt, da oben vielleicht. Oh! Und wenn ja, dann gehe ich zu Nintendo und bezahle Server. Hier gibt es Skulluck. Skulluck ist exklusiv. Auf schwarz anscheinend. Aber das gibt es auch mit versteckter Fähigkeit. Wieso lasse ich nicht, wieso kann ich nicht... Oh mein Gott, Meistergriff, bist du langsam. Ich will, im Code muss irgendwo stehen. Wilde Pokémon mit jedem zweiten Schritt garantiert. 80%. Es ist so abgefahren, wie viel man hier angegriffen wird. Wieso ist Zapplalek eigentlich so langsam? Ich finde, jedes Elektro-Pokémon sollte schnell sein. Zwei Schritte. Das ist unfassbar. Du musst eigentlich einen Top-Schutz anmachen. Was haben wir hier? Lucy, du bist das Ding hier. Äh, Gen 5. Ich weiß nicht, wie es heißt. Irgendwas Verrücktes. Es hat nur 40 Base-Speed. Warum haben wir Zappleran überhaupt im Team? Das kaut lustig. Serapendra, genau. So, und jetzt sind hier super viele Tamping-Jungs. Es gibt Menschen, die sich das hohe Gras zurückwünschen. Ja, hier und da ist es ja auch. Es ist halt Pokémon. Aber es kommt halt, wenn ich halt gerade einfach nur ein Item holen will, dann will ich nicht mit jedem zweiten Schritt ein Terribug bekämpfen müssen, vor dem ich nicht flüchten kann. Ich mach jetzt, ich mach jetzt. Keine Angst, ich mach jetzt. I do it. I did it. Krass wäre es bitte, wenn man Hans heißt, Shiny Hans auf YouTube macht und den Kanal Shiny Hans nennt. Das ist gut, das ist gut. Hans, was hältst du davon? Ist das eine gute Idee? Definitiv nein. Keine gute Idee, sagt Hans. Was bist du denn jetzt hier? Ach, das ist einfach... Ist das ein Trainer? Das ist ein Trainer. Ne, das ist kein Trainer. Achso, das ist einer von diesen... Weg. Wie war das? Die waren aber nicht... Das waren aber nicht die mit der versteckten Fähigkeit. Route 22. Ne, das ist alles der... Die versteckte Lichtung. Die können nicht... Okay, alles gut. Sind die Pokémon hier stärker als mein... Oh mein Gott, Bisofunk. Ich glaube auch Bisofunk hat eine versteckte Fähigkeit. Jep, Bisofunk. Route 4 in Weiß... Nee. Wo? Route 9. Okay, nicht hier. Tschüss. Das hat genau Level 40. Das verstört jetzt mein Zappel. Was ist dieses Spiel? Ich will doch nur zum Finsterstein. Shiny Hans, Shiny Hans. Würden, würden englisch sprechende Hans sagen? Hans, ja, Hans. Hans, get the Flammenwerfer. Ja, ja. Hans. Shiny Hans. Ich meine... Ich glaube, das Perfekte wäre, wenn man... Hey, ich könnte es machen, aber ich will nicht unbedingt Hans heißen. Aber wenn du Deutscher bist und du hast auch so einen richtig fetten deutschen Akzent und du willst Shiny Hunten machen, dann mach Shiny Hunting Content auf Englisch mit einem krassen deutschen Akzent und nenn dich Shiny Hans. Das ist ne saugute Idee, Amalia. Und ich finde, du solltest das machen. Hans ist Single. That's why they call him Solo. Könnte ich eigentlich inzwischen surfen? Muss ich ja. Hä? Top Schutz Level 41. Okay, 41 reicht nicht. 41. Krass. Ich komme nicht voran, ne? Dieses Spiel. Wie kommst du euch mit zwei Shats gleichzeitig klar? Indem ich nur einen hab. Wunder. Technik. Das ist cool, ja, aber es gibt keinen perfekten. Zum Beispiel in diesem Chat wird mir nicht angezeigt, wenn jemand von euch subbt oder eine Kanalbelohnung macht. Ich sehe wirklich nur die Nachrichten. Und deswegen habe ich dafür dann ein anderes Ding, wo ich dann nur die Kanalbelohnung sehe und wieder ein anderes Ding, wo ich nur die Alerts sehe und so weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Habe ich gerade einen Finster schon eingesammelt? Egal, wir müssen weiter kämpfen. Zwei Shats in einem und da kommt der Streaming-Guru von damals wieder raus. Ich gucke auch noch Videos von Harris Heller und Natti und mache das, was die sagen. Ich habe ja Harris Heller getroffen, letzte in Paris, auf der TwitchCon. Und Dito war dabei und Dito hat dann einfach gesagt, weißt du, wer er ist? Er, er, er macht genau das gleiche wie du, nur auf Deutsch. Und dann hat er, ja, er fand's lustig, er fand's okay, natürlich. Aber Dito einfach schmeißt mich unter den, unter den Bus und das Auto. Androd, du bist ein Shiny. Schlug weg. Achso, man kriegt den Geschenk. Achso, von einem. Ich dachte, du hattest dich überschrieben, verschrieben. Ich dachte, es ist sowas wie über einem Veteranen oder so. Dann muss ich den aber nochmal ansprechen, wahrscheinlich. Ich finde es ja krass, dass Nils dann immer noch mit dem Streaming-Content durchzieht. Ja, ich meine, wenn du irgendwann... Es war ja, es ist ja von mir objektiv dumm gewesen, das nicht weiterzumachen. Ich hätte mir das immer weiter aufbauen können. Aber ich habe angefangen zu streamen, um zu machen, was ich will. Und wenn mir das nicht Spaß macht, dann höre ich auf. Aber ich weiß nicht, wie es, wie es Nilsom geht, keine Ahnung. Ob er das immer noch gerne macht? Aber ich glaube schon. Er war immer der Typ dafür, der sehr technikaffin ist und es liebt, darüber zu reden. T.M. Brüller. Das ist aber kein Veteran. Ach doch. Tatsächlich. Aber man weiß nicht, dass es ein Veteran ist. Wobei, am Aussehen halt. Ich muss nicht mal gegen ihn kämpfen. Aber es ist komisch, wenn da so ein Mensch steht, der nicht kämpfen will. Die spricht man immer an. Mitten auf einer Route. Wir könnten jetzt also unser Later Nektu entwickeln. Aber das, naja, würde uns einige attacken. Ich brauche definitiv Spukball. Ich habe vergessen, wann die ganzen Attacken kommen. Egal, wir müssen einfach weitermachen. Ich werde auf jeden Fall, wir werden... Ich muss jetzt aufhören, wo ich muss einkaufen gehen. Morgen machen wir wieder die Manafi-Hand weiter. Wir machen gleichzeitig Manafi-Hand abwechselnd und Gen 5. Ich schätze mal, ich werde privat hier trainieren meine Pokémon. Weil sie sind jetzt wieder zu schwach. Das ist nicht angenehm. Die sind alle ein bisschen zu schwach gerade. Die sollten alle 45 sein. Vielleicht werde ich das machen. Und dann werden wir mit allen 45ern durch die Siegestraße gehen. Und dann bin ich wahrscheinlich immer noch zu schwach. Und muss so lange trainieren, bis mein Later Nektu und mein Zappler-Legg alle attacken können. Und dann kann ich die entwickeln. Das hat Serpoyol für ein Item. Glücksei. Serpoyol hat das Glücksei. Oh, da muss ich auch mal drauf achten, ey. Und ja, morgen machen wir mit Manafi und machen weitere 30 Resets bei Manafi. Und vielen Dank für Mörsel. Zweiter Prime, Dankeschön. Welches Pokémon ist deiner Meinung nach das nervigste? X-E-N-O-B-L-A-T Das nervigste Pokémon ist das schlechtste Pokémon und das ist Pantimus. Ich finde es so schade, dass man vielen Pokétubern wirklich anmerkt, wie sie inhaltlich einfach eigentlich keinen Bock mehr auf Pokémon haben. Das ist das große Problem. Das ist eine riesige Sache, bei der ich, wie sagt man, verwöhnt bin. Ich bin nicht finanziell abhängig von diesem Beruf, den ich hier mache. Deswegen kann ich einfach sagen, ich mach was anderes. Und andere, die anfangen, mit Pokémon-Content zum Beispiel jetzt ihr Geld zu verdienen, sind abhängig von ihrem Content. Das heißt, sie müssen ihn weitermachen, um Geld zu verdienen. Wenn ich keinen Bock mehr, also ich müsste, um mehr Views zu kriegen und sowas, müsste ich zum Beispiel nett zu Kindern sein. Was ich nicht bin. Ich müsste zum Beispiel nur Gen 9 spielen und da ohne Ende Shiny hunten. Also das machen, was im Trend ist. Ohne Ende. Und wenn dann kein neues Spiel rauskommt, bist du im Arsch und musst halt versuchen, aus einem alten Spiel, Gen 9 halt in dem Fall, Content rauszusaugen ohne Ende. Und dann kriegt man langsam so den Eindruck, und ich glaube, den Leuten geht es auch so, dass sie keinen Bock mehr haben, aber sie müssen es machen, um halt monatlich genug Geld zu verdienen, mit dem Kanal, den sie sich aufgebaut haben damit. Und ich habe zum Glück Privileg nicht das Problem. Ich kann einfach sagen, ich habe vergessen, die Kamera aufzumachen. Was guckst du? Domtendo? Keine Ahnung, ich gucke keine Pokétuber, die nicht, also Deutsche vor allem nicht. Vor allem, Domtendo ist kein Pokétuber. Keine Ahnung. Und ich habe zum Glück das Privileg, einfach zu sagen, hey, Karmesin bringt mir nichts mehr. Ich könnte immer noch ein Video rausbringen, wo ich sage, hey, so besiegt ihr Meganie morgen. Aber warum? Warum soll ich das machen? Keiner hat Bock auf Meganie. Die Leute, die Bock haben, sollen sich andere Videos anschauen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich werde das einfach so in einem in zehn Minuten irgendwie besiegen und mir selber holen. Ich muss kein Video dazu machen. Ich habe keinen Bock, das Video zu machen. Aber Leute haben sich damit eine Karriere aufgebaut und müssen diese Videos machen, auch wenn sie keinen Bock haben. Und ich kann einfach sagen, ich habe Bock, Gen 5 zu spielen. Aber finanziell ist es von mir dumm. Ich soll werbefreundlich sein, ich soll nett sein zu Kindern, ich sollt Kindern vor allem, ne, kommt her, bye, ihr seid mir die, die mir Views geben, die Kiddies. Aber ich habe das Privileg, einfach zu machen, was ich will. Was ihr merkt, weswegen ihr mich mögt. Aber es ist abgehoben wie sonst was. Kommt in meine Untergrundbasis. Kann ich euch einsperren und euch für immer für Windpocken und Pokerus benutzen. Leo ist safe, der sympathischste deutsche Poketuber. Schaut deine Videos echt gerne, weil man merkt, die sind nicht auf Krampf gedreht und da steckt Liebe drin. Dankeschön. Den ersten Satz verstehe ich nicht, dein sympathischste deutsche Poketuber, aber Dankeschön. Ich gucke jetzt endlich das Pokerus Video. Mach das. Ich habe mir damit Mühe gegeben, nicht so viel Mühe. Aber es ist ein kleines, lustiges, hoffentlich Video über den Pokerus und vielleicht lernt ihr auch etwas dabei. Aber das war einmal der Pokerus, den gibt es nicht mehr. Was hat Marco gesagt? Wer ist online gegangen, den wir raiden könnten? Gibt es heute wieder Hähnchen? Wir müssen erst einkaufen gehen und dann gibt es das, was wir einkaufen. Ich mag dich nicht, ich habe nur nichts Besseres zu schauen. Endlich ist jemand mal ehrlich. Henriette, du bist ja ein Svarones. Eins unserer besten Monst grad. Chuck Morris will das Carp für die um dieses Mind-Feature. Dennis hat ja letztes Mal, als ich ihn geradet habe, gesagt, die Leute verlangen das Carp für die um dieses Mind-Feature. und denke, ich denke, Wie denn? Was denn? Was sollen wir denn machen? Ich wüsste da gar nichts. Irgendwann erzähle ich meinen Kindern, es war einmal ein Pokerus. Uncle, 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 Uncle Will, Joe, Joe, Joe. Wait, er shiney handelt jetzt schon für Gen 5? Wer? Carp für macht Gen 5 shiny hand? ernsthaft? Er ist doch mit Jen, er ist doch ist er nicht, er ist doch quasi fertig mit mit Jen 3, ne? Error Du bist ein Arceus Das zweite gut Uncle Jeho Einfach Uncle Gute Band übrigens, Uncle Error, du bist ein Arceus Hast du es verdient? Weiß ich nicht, musst du wissen Ich würde dich jetzt gerne mit aller Liebe und Freundlichkeit und ohne bösen Absichten beleidigen Hast du gerade, oder? 8 zu 649 8 von 649 Wie, er hat schon 8 Shinies? Ja, wir gehen da rüber, natürlich Danke, Luna Nichts mit abgehoben, zumindest kein Standard-Pokémon-Zeugs Competitive schaue ich Robin, da er einfach mal was anderes macht und bei dir bekommt man mal was anderes und nicht nur ein Nasslock mit Cheats Nasslock mit Cheats Ist nicht jeder Nasslock ein Cheat Wobei, ne, du kannst Nasslocks auch komplett auf Vanilla spielen Mich irritieren manchmal diese Videos von wegen Aber es sind amerikanisch, keine Ahnung, ob das Deutsche auch macht Äh, diese Videos von wegen Wer zuerst ein Shiny fängt, gewinnt Und ich denke mir so, was habt ihr Habt ihr so, so in Smaragd Und ich denke mir so, wie habt ihr jetzt 3 Monate lang gefilmt, bis einer mal ein Shiny gefunden hat Hätte sie Glückwunsch Und dann steht nirgendwo, dass sie einen Shiny-Cheat benutzt haben Der Shinies irgendwie 1 zu 3 macht Oder sowas Und ich denke mir so, was, das kann ja nicht sein Sonst Da bin ich mal verwirrt Und dann irgendwie in den Kommentaren findest du Dass sie wahrscheinlich einen Shiny-Cheat benutzt haben Weiß ich nicht Egal Vielen Dank fürs Dasein Wir gehen zum Carpfe Diem Wenn wir so viel auch über ihn reden Natürlich Der will als nächstes Gen 5 100% Und dazu gehört Dass man Auch jeden Pokédex-Eintrag hat Und leider Ab Gen 5 Er ist noch nicht da Vielleicht können wir kurz noch warten Ab Gen 5 Hat jedes Pokémon Auch einen Shiny-Eintrag Das heißt Um tatsächlich 100% zu machen Was er verrückt genug ist Um das immer zu wollen Muss man jedes Pokémon in Gen 5 In Shiny fangen Und ich glaube ihr wisst, was das bedeutet Das bedeutet Keine Ahnung Ich bin gespannt Ob er Das Er muss irgendein Haha Gacha reinmachen Er muss irgendein Aber zum Glück gibt es das und das Was den Pokédex Wieder zurückverwandelt In einen Gen 3 Dex Keine Ahnung Es muss irgendwas geben Weil es ist In einer Lebenszeit Nicht möglich Über 400 Pokémon in Shiny zu fangen Oder wie viel hast du gerade geschrieben 800 Kann nicht sein Kann nicht sein Warte, die Formen sind auch einzeln Ich mag Leute, die nicht nett zu Kindern sind Also zu mir Das ist das große Problem mit Kindern Wenn man die behandelt Weil viele behandeln Also ich rede jetzt von sehr kleinen Kindern Viele behandeln kleine Kinder so von wegen Ja du Und ich war schon immer Ich habe schon immer mit Kindern Sei es 5 Jahre, 6 Jahre So geredet Als ob sie einfach so alt sind wie ich Und die mögen das Verdammt nochmal Die mögen das Und dann sind wir Oh der Leo ist aber cool Nein Ich behandle dich einfach normal Dass du dich Ah Du hast Antwort von Von Home Retro hat Antwort von Pokémon bekommen Und Was für einen vorgeschriebenen Text hast du bekommen Was hat Home geschrieben Und er nutzt ja nicht mal Glitches Er meint ja Er will eine riesen Challenge machen Mit den Poké Avengers Aber das war Gen 6 Hamke, vielen Dank Amke, vielen Dank für dein Tier 2 Dankeschön Vielen Dank Okay, Antwort von Pokémon Wenn du 31 oder mehr Pokémon in Pokémon Home Während eines aktiven Premium Service Abo Lagerst Und sich dein Service dann zwischenzeitlich Zum Standardservice ändert Wirst du die gelagerten Pokémon Über die 30 Pokémon hinaus Weder sehen noch entnehmen können Ja ich wusste Ich hab's euch doch gesagt Dass es so eine Standardantwort wird Die uns Die nicht antwortet Auf das Was du tatsächlich gefragt hast Ich würde jetzt Schreibt zurück Ich weiß Danke für nichts Meine Frage ist Wie lange Werde ich Wie lange werdet ihr diese Pokémon speichern Und sagt mir nicht für immer Denn für immer existiert nicht Irgendwann werdet ihr auch bankrott gehen Oder gekauft von jemandem Oder untergehen Weil jedes Spiel immer schlechter wird Nintendo ist too big to fail Das war so klar Dass die einfach Die Standardantwort von den FAQs nehmen Die haben auch Die Leute die die E-Mails beantworten Haben auch nur FAQs vor sich Die sie einfach rüber kopieren Das mache ich In freundlichem Deutsch Nee Mit unfreundlichen Grüßen I hope this E-Mail finds you Nee was war das Das war so lustig I hope this E-Mail Finds you before I do I hope this E-Mail finds you before I do Auf jeden Fall Würde ich da nochmal antworten und sagen Ich weiß Aber Mich interessiert Leo's Mind interessiert Wie lange Behaltet ihr unsere Pokémon Kann Also ich würde ein Beispiel haben Das heißt Ich kann fünf Jahre später Mein Premium Abo wieder aktivieren Und alle meine Pokémon Sind immer noch da So das würde ich sagen Ergo das heißt Nach fünf Jahren Sind alle meine Pokémon Wieder da Wenn ich den Premium Service Wieder abonniere Das würde ich einfach sagen Und wenn die dann sagt Ja Dann Herzlichen Glückwunsch Krass Hamki ist dein Zettel Ne Wohin Schön ein Zettel Okay Dennis ist da Wir raiden rüber Zur Unmöglichen Challenge Jedes Pokémon In Gen 5 zu fangen Vielen Dank fürs Dasein Bussi Baba Und benehmt euch Und Tschüss